Willkommen zu Recenter News am 13. Oktober 2020. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Von Anfang an haben wir gesagt bei dieser Pandemie, es kann sich durchaus um einen biologischen Angriff handeln und die Liste der Verdächtigen ist super, super lang. Also wir reden hier nicht nur von den drei Supermächten, wir reden nicht nur von anderen Großmächten, wir reden von kleineren Mächten, wir reden von verzweifelten Mächten, wir reden vom radikalen Islam, wir reden von einzelnen Superreichen, die eventuell hier mit Bioterror die Welt verändern wollen Also da gibt es dann doch einige Player da draußen, einige Akteure, die die Möglichkeiten haben, sich passende Viren zu beschaffen oder zu basteln. Das heißt, man kann ja sehr viel beschaffen und das Ganze normal aussehen lassen. Also man forscht in der Natur rum, man holt sich dann von Pangolinen und diesen unzähligen Fledermäusen und von unzähligen Dromedaren holt man sich dann irgendwelche Viren und bearbeitet die im Labor danach und so weiter und optimiert die auf den Menschen etc. etc. Das haben wir von Anfang an gesagt und das ist nach wie vor eines der wichtigsten Dinge, die man beachten muss bei der jetzigen Pandemie und wie sich die verschiedensten Regierungen jetzt durchwurschteln, so mit Ach und Krach und dass halt alle Regierungen da draußen fürchten, dass halt irgendwer mit einem zweiten Virus angriff. Und dass die Leute jetzt nicht unbedingt so stark sich fokussiert haben auf Bioterror und biologische Kriegsführung, das liegt zum Großteil auch daran, dass einfach die öffentlich bekannten Informationen zu biologischen Waffen, dass diese Informationen unglaublich dünn sind und unglaublich stark zensiert. Also holen sie sich irgendein Fachbuch zu einem Thema, lesen sie irgendwelche aktuelle Berichterstattungen von irgendwelchen größeren Medien oder mittelgroßen Medien oder kleineren Medien. Es ist immer nur super stark zensiert, also man bezieht sich hier dann auf frei verfügbare öffentliche Informationen. Das heißt, wenn man jetzt über Nordkorea spricht oder über die Biowaffen muslimischer Nationen oder Kasachstan oder Afghanistan oder alles Mögliche. Wenn man über diese Länder redet, über biologische Waffen redet, dann darf man in der Öffentlichkeit, also auch bei den Thinktanks und so, nur Informationen anführen, die schon publik sind. Und man kann ein bisschen was andeuten und man darf natürlich auch Sachen sagen, dass es jetzt halt inzwischen billiger geworden ist, Sachen zu basteln mit dieser CRISPR-Technologie in der Gentechnik. Also es ist schneller und es ist billiger. Ansonsten darf da nichts gesagt werden, was auch nur irgendwie halt tatsächlich dann in Erfahrung gebracht wurde von diversen Geheimdiensten. Das heißt, alles Interessante an dem Thema ist geheim. Und man kann sich dann doch schon so manches erschließen, aber da braucht es halt wirklich eine breite Bildung dazu, um das den Leuten auch ein bisschen hier kurz und bündig zu vermitteln. Also wir haben dann hier zum Beispiel eine Story vom Carnegie Endowment. Das ist also sehr Establishment, sehr angloamerikanische Supermacht. New Killer Pathogens Countering Coming Bioweapons Threat. Das ist hier so die Meldung gewesen. Und da geht es halt eben um diese CRISPR-Technologie. Also hier Wissenschaftler von der Vanderbilt University sagten, das was halt vorher, vor CRISPR, in der Gentechnik 18 Monate gedauert hat und 20.000 Dollar gebraucht hat, das dauert jetzt nur noch drei Wochen und kostet nur noch 3.000 Dollar. Also das wird auch immer billiger und billiger und billiger. Und biologische Waffen sind auch billiger als Nuklearwaffen. Und man kann halt eben dann losschlagen mit biologischen Waffen und niemand findet wahrscheinlich jemals raus, wer da tatsächlich angegriffen hat, wer tatsächlich dahinter steckt. Hat also super Vorteile für die ganzen Nationen und andere Akteure. Und dann erzählt man hier allgemein, es könnte ja sein, dass halt eben dann Rogue States, also halt außer Kontrolle geratene Staaten, die sich nicht unter Kontrolle befinden von der angloamerikanischen Supermacht oder von einer anderen Supermacht, dass solche Staaten halt eben dann solche Waffenkapazitäten erlangen. Und dann schwafelt man halt weiter rum in diesem Artikel und geht auf keinen Fall auf irgendwelche Details ein. Also alles Interessante ist geheim. Und der Leser erfährt nicht mehr. Und das macht es dann eben auch so schwierig, wenn halt eben dann, was ich beispielsweise in einer Woche oder in zwei Monaten oder sowas oder nächstes Jahr oder in fünf Jahren, wenn dann eben dann ein weiterer Virus kommt und wenn dann, oder wenn zwei Viren kommen und die Wahrscheinlichkeit, dass das natürlich ist, die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach super gering. Und dann weiß man, hu, da waren Angreifer dahinter. Und dann, wie nach 9-11 zum Beispiel, wird dann gleich mit dem Finger gezeigt, okay, es war wahrscheinlich diese Nation oder muss diese Nation gewesen sein. Oder diese oder jene Nation beherbergt die Kräfte, die da dahinter stecken. Oder diese und jene Nation Nordkorea oder irgendeine muslimische Nation. Stehen unter dringendem Tatverdacht. Also das heißt, die Amerikaner und die UNO verdächtigen dann den Staat. Und dieser Staat kooperiert nicht. Das heißt, der will nicht die Inspekteure da reinlassen. Der will nicht irgendwie Leute rausrücken und so. Ja, an die Amerikaner. Bestimmte Wissenschaftler. Und dann heißt es halt wie eine UN-Resolution, diese Nation kooperiert nicht. Das macht die Nation verdächtig. Und es bleibt jetzt halt keine andere Möglichkeit mehr als Kriegsvorbereitungen oder massive Sanktionen oder weiß der Geier was. Und dann geht es halt richtig zur Sache. Und dann haben wir die Situation ähnlich wie jetzt. Jeder brüllt an irgendwas anderes. Jeder betrachtet die Ereignisse, die die Welt schockieren, durch irgendeine ideologische Brille. Und das nimmt dann halt eben wieder diese Sektenmentalität an. Das heißt, der eine brüllt, oh, das waren die Amerikaner selber. Und die anderen sagen, nee, das waren die Russen. Nein, das waren doch die Nordkoreaner. Nein, das war doch der. Und jeder beschuldigt an jeden. Jeder beschuldigt an jeden. Und die Leute da draußen können das Thema gar nicht wirklich einschätzen. Und diese üblichen Schwafler, Influencer da draußen, die können das auch nicht wirklich einschätzen, weil sie einfach nie in ihrem Leben richtig was gelesen haben. Das ist ja leider im Internet immer noch so das Problem. Da sind keine Qualifikationen notwendig. Und die Leute sind auch nicht transparent, was sie gelesen haben, wie stark sie sich da reingearbeitet haben in irgendein Thema. Bei jetzt so Brookings Institutionen und diesen Thinktanks und so oder bei den Massenmedien, da ist es klar, die verlangen halt meistens immer dann hochtrabende Universitätsabschlüsse. Aber das kommt halt eben dann mit dem KWR, dass diese Leute halt eben dann eine starke Voreingenommenheit haben, einen Bias haben. Und dann kriegt man von denen auch nicht unbedingt eine ehrliche Antwort. Und sie wagen es halt häufig mal nicht, informierte Spekulationen zu machen oder von Bekanntem auf Unbekanntes zu schließen. Logisch, weil dann erschließt man sich Dinge, die halt einfach unter Geheimhaltung stehen. Und das machen diese Herren ja nicht von diesen Thinktanks und diesen ganzen Sicherheitsorganisationen und so weiter. Oder auch halt Leute von den Geheimdiensten, wenn es jetzt um die Öffentlichkeitsarbeit geht. Dann haben wir hier in London Guardian Wikileaks Cable India Biological Terrorism Fears. Also das war, als Wikileaks diese ganzen diplomatischen Depeschen veröffentlicht hatte. Und da waren eben auch welche dabei, die sich um Biowaffen drehen. Also da gab es dann diplomatische Depeschen. Das ist jetzt nicht super, super geheim, was die Diplomaten da miteinander reden. Also die Datenbank, die Wikileaks da veröffentlicht hatte, die war jetzt nicht super secret. Ja, also wenn dann, wenn was richtig Krasses da übermittelt wird von den Amerikanern untereinander, dann verwenden die da die abstrusesten Verschlüsselungen und die abstrusesten Möglichkeiten, damit dann niemand sowas abfangen kann. Aber nichtsdestotrotz, hier hieß es dann, US-Diplomaten sind besorgt, dass Indien angegriffen werden könnte mit einer biologischen Attacke. Also man spricht ja meistens immer nur über Milzbrand, Anthrax und so, aber es gibt unzählige Waffen, die man da einsetzen kann, biologische. Auch die Inder sind besorgt, die sagten dann den Amerikanern, also das ist nicht mehr nur so eine theoretische Bedrohung, sondern verschiedene Terrorgruppen reden stärker und stärker über biologische Kriegsführung. Also man hat ja diesen Chatter, dieses Gerede da eben dann analysiert von den Dschihadi-Gruppen und die Dschihadis suchen halt eben dann like-minded PhDs in Biology and Biotechnology. Also es soll heißen, man sucht hier halt eben dann muslimische radikalisierbare oder schon radikalisierte Wissenschaftler mit halt diesen Doktortiteln in den entsprechenden Feldern oder man sucht halt eben dann Leute, die sie einfach kaufen lassen. Und teilweise haben diese Dschihadi-Gruppen ja eben sehr viel Finanzierung und haben eben noch genügend Geld, um halt dann solche Experten zu bezahlen, sehr gut zu bezahlen. Dann hieß es hier in einer weiteren diplomatischen Depesche hieß es dann die Fortschritte im Biotech-Sektor und so weiter. Das bleibt bei den Terroristen auch hängen und die Regierung müsse sich jetzt darauf einstellen und so weiter und so fort. Also man findet halt eben dann auch Material einfach so in Indien. nicht nur die Technik, sondern halt eben dann auch Grundzutaten, also diverse Erreger, Viren und so weiter und so fort. Es brechen auch ständig irgendwelche Seuchen aus. Also da findet man, wer sucht, der findet und kann das dann einsetzen. Dann heißt es hier noch Plethora of indigenous highly pathogenic and violent agents naturally occurring in India. Also man hat einerseits viel Industrie in Indien, andererseits hast und halt eben auch die Technik schwache Kontrollen. Niemand weiß so genau, wer irgendwie was besitzt und was kauft und ob die Sicherheitsregeln eingehalten werden. Du hast die ganze Technologie, aber du hast auch eben dann natürlich vorkommende Viren und gefährliche Sachen, die man sich eben dann beschaffen kann. Und wenn so eine Gruppe das dann in die Finger kriegt, dann kann man eben Indien angreifen und halt eben dann auch über die Flughäfen das Ganze in die Welt bringen. Und wir wissen ja jetzt dann, dass immer mehr Wissenschaftler anzweifeln, dass halt eben dieser Wuhan-Markt tatsächlich der eigentliche Ursprung war von Covid. Also man sagt, da war der erste große Ausbruch, aber es tauchte dann halt eben fast gleichzeitig an verschiedensten Orten auf der Welt auf und das deutet eben darauf hin, dass da vielleicht eben ein Flughafen damit in Zusammenhang steht und das kann eben natürlich auch bedeuten, dass vielleicht irgendein Angreifer das dann so auch geplant hatte und das eben dann auch so umgesetzt hatte. Also man verbreitet das in einem Flughafen, die Leute stecken sich an und tragen das dann halt eben dann in die große weite Welt hinaus. Dann Also man also man will ja eben dann Experten finden in Biologie und Biotech in Indien und die verdienen ja da auch nicht unbedingt so viel. Also wenn man denen halt dann das Fünffache oder das Zehnfache bezahlt, dann sind die happy eventuell. und die Wissenschaftler, die zu der US-Botschaft gehören in Indien, diesen Wissenschaftlern ähm diesen Wissenschaftlern haben eben dann Fotos gezeigt, die beschafft wurden halt eben dann von den indischen Sicherheitsbehörden und der indischen Armee. Also man spricht hier von Frontline Field Laboratories for Diagnostics of Infectious Diseases. Also das sind halt eben dann diese Labore für halt die Diagnostik von ansteckenden Krankheiten. Und in diesen Laboren gibt es halt eben dann sehr laxe Sicherheit und Schutzvorkehrungen. Also da schlafen dann ganze Familien in den Laboren, die wohnen da halt. Man verwendet Schutzhandschuhe mehrfach und so weiter und oder man schmeißt halt eben dann gebrauchte Latexhandschuhe und Schutzkleidung schmeißt man in den gewöhnlichen Müll und halt eben dann nicht in den Sondermüll. Und also alle Möglichkeiten, um sich da irgendwelche Sachen zu beschaffen für was ich Islamisten und so weiter. Also da gab es natürlich diese pakistanische Lashkar-et-Wiba die hier als Bedrohung wahrgenommen wird. Man hofft halt eben, dass diese 150 Millionen Muslime in Indien, dass die sich halt eben dann hier nicht beteiligen an sowas, dass sie sich hier gut benehmen. Und dann hier ja auch diese großen, es sind halt teilweise recht große Länder, also Pakistan und so weiter und dann die umliegenden Länder, also da kann man alles mögliche beschaffen. Da gibt es auch genügend Fledermäuse und genügend Dromedare, um halt eben sowas zu beschaffen wie MERS oder MERS oder irgendwelche anderen Coronaviren, Fledermaus, Coronaviren und dann kriegt man halt eben das Zeug. Das ist so ein bisschen wie natürlich vorkommendes Uran. Also du musst das bloß halt eben dann fördern und musst es weiterverarbeiten. Genauso kann man halt eben dann in solchen Ländern in diese Höhlen reingehen, Minenschächte reingehen und so weiter und du findest halt eben dann so viele Fledermäuse mit gefährlichen Viren und wenn du halt genug, lang genug suchst, dann findest du irgendwas, was du halt dann weiterverarbeiten kannst. Also man spricht halt eben in diesen öffentlich zugänglichen Texten, ja, also von diesen Thinktanks und so weiter, diese zensierten Berichte, da spricht man schon darüber, dass es halt dann ein gewisser Aufwand ist, um im größeren Stil Dinge zu einer, also biologische Dinge zu einer Waffe umzufunktionieren, aber gleichzeitig sagt man, es wird halt immer billiger und simpler. Und irgendwelche Verrückte da draußen, die suchen sich halt die entsprechenden Profis, die das können. dann wurde hier noch gejammert in diesen diplomatischen Depeschen. Also das heißt, also das heißt, die Inder beschuldigen dann die pakistanischen Militärs, dass die pakistanischen Militärs nicht krass genug vorgehen gegen diese Terrorgruppen wie Lashkar-Etoiba, also jeder beschuldigt jeden und wenn dann irgendwie so ein Virus losgeht oder irgendwas, dann kann man sich vorstellen, jeder beschuldigt jeden und dann geht es richtig rund. Und die Bevölkerung, die generelle Bevölkerung hat keine Ahnung von biologischen Waffen und weil man denen halt nichts Ehrliches darüber erzählt hat. Dann heißt es hier noch weiter wir haben chemische Waffen, da geht es dann auch mit rein. Hier haben wir dann zum Beispiel so eine Story von warontherocks.com Also Corona, Covid, Bioterror, wie ernsthaft ist die Bedrohung und so weiter. ISIS nennt den Virus alas Soldaten, weil halt den westlichen Nationen so viel Schaden entsteht. Es gab dann ein neues Memo vom US Department of Homeland Security und daran heißt es, Terroristen finden das Thema äußerst spannend. Bioterror. Die United Nations warnen vor Bioterror, der Council of Europe warnen vor Bioterror, aber trotzdem ist es halt bei War on the Rocks eine ziemliche Verharmlosung in dem Artikel, weil man auf öffentliche Quellen setzt. Das heißt, die von War on the Rocks, die werten halt dann aus, okay, was gibt es halt für Studien, was gibt es halt so für Publikationen, ist alles zensiert und dann fassen die das zusammen und sagen, ja, wird schon irgendwie hoffentlich gut gehen. Aber wenn man jetzt halt im amerikanischen Sicherheitsapparat arbeitet oder sowas und man hat halt dann Zugang zu Secret Material oder Top Secret Material, dann kann sich das wesentlich gruseliger anhören, weil man eben dann ein ganz anderes Bild hier hat. Und es ist halt eben dann auch so einfach für Manipulationen. Also wenn irgendein Land hintenrum angreifen will, dann kann man eben solche Mittelmänner benutzen, solche Cutouts und schanzt dann halt irgendwie irgendwelchen Terrorgruppen halt so eine biologische Waffe zu. Und diese Terrorgruppe setzt sie dann ein. Und die Terroristen, die können halt eben dann auch nicht wirklich wissen, wer ihnen da geholfen hat, wer ihnen das wirklich beschafft hat. Und das macht das Ganze eben so kompliziert. Das heißt, wenn jetzt im Winter oder in einem halben Jahr, einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn halt eben ein richtig fetter Virus kommt oder zwei auf einmal oder drei auf einmal und es ist klar, dass es ein Angriff ist von irgendwem, dann werden wir auch in alle möglichen Richtungen ermitteln und die Situation halt eben dann komplex darstellen. Ganz egal, was irgendwelche Massenmedien da raunen oder was irgendwelche alternativen Influencer da raunen und halt irgendwie wieder eine Agenda haben und so weiter und dann sich wieder auf ein Szenario versteifen und dann jeden hassen, der da nicht auf dem Kurs ist und so weiter. Wir werden ihnen da draußen ein professionelles Bild liefern. Also man muss bei solchen Dingen wirklich denken wie Nachrichtendienst. Man muss bei allen möglichen Themen denken wie Nachrichtendienst. Habe ich irgendwas übersehen? Denke ich zu simpel. Habe ich irgendeinen Bias? Ist mein Quellmaterial gut genug? Habe ich die ganzen Szenarien auf der Reihe oder habe ich ein wichtiges vergessen? Also das, was man eben dann so sieht in den alternativen Medien, das ist halt unglaublich weit weg von der professionellen Vorgehensweise. So agieren Nachrichtendienste definitiv nicht. Also Geheimdienste fragen sich auch nicht, passt das in mein Weltbild? Passt das in meine Ideologie? Wenn ich das, ich betrachte alles durch meine eine Brille und so. Nee, Profis agieren da einfach anders. Also man spricht ja bei War on the Rocks eben auch nicht drüber, wie viele Fledermäuse und Dromedare und Viren mit den entsprechenden Ländern kreuzen und jeder kann sich die dann halt eben dann beschaffen. Und es ist halt super schwierig für amerikanische Agenten oder für irgendwie russische Agenten da auf der Hut zu sein, wer da was in irgendeinem Hinterland halt eben dann zutage fördert aus irgendeiner Fledermaus. Wenn man halt eben dann von Profis spricht und von professionellen Anlagen spricht und so, das ist halt eben dann besser nachvollziehbar, wobei das ja eben dann auch oftmals für mehrere Sachen gebraucht werden kann. Also diese Fermentieranlagen oder diese Fermenters und diverse andere Gerätschaften kann man für legitime Zwecke einsetzen, aber auch für Biowaffen und deswegen ist es halt eben so eine krasse Bedrohung. Dann haben wir hier von acpr.org.il Mohammeds Monster Mohammeds Monster Shoham Also da geht es dann um biologische Waffen in der muslimischen Welt. Also gibt es einige sehr interessante Studien darüber. Und zwar jetzt wie der Stand der Dinge wahrscheinlich jetzt ist in den muslimischen Ländern, wie die Bereitschaft ist, wer da auch noch mit mit rein spielt, wie zum Beispiel die Russen oftmals, aber nicht nur. Und außerdem geht es oftmals auch um die Frage, ist denn halt Massenvernichtungswaffen von der Sorte vereinbar mit dem Islam? Also das ist ja für die Muslime immer sehr, sehr wichtig. Ist das jetzt Halal oder Haram? Ja, und das ist bei Biowaffen nicht anders. Also in Saudi-Arabien da brauchst du eine Fachmeinung, ob halt eben dann glaube ich Vanille-Eiscreme halt erlaubt ist und genauso brauchst du halt eben dann eine Fachmeinung dazu, ob biologische Kampfstoffe halt eben dann erlaubt sind. Oder nicht? Ja, hätte der Prophet irgendwie biologische Kampfstoffe eingesetzt oder nicht? Mit solchen Dingen beschäftigen sich Leute da draußen, meine Damen und Herren. Und in dieser Studie geht es eben dann darum, dass halt nach dem Zerfall oder der Veränderung der Sowjetunion, nach dem offiziellen Ende der Sowjetunion, da gab es halt eben dann eine Reihe an neuen islamischen Staaten oder veränderten islamischen Staaten und da ging auch sehr, sehr viel mit chemischen und biologischen Waffen. Und diverse Länder kooperierten dann miteinander und diverse Länder kooperierten noch weiter mit Russland. Manche muslimischen Länder kooperierten aber stark mit den USA. Und es besteht immer die Gefahr, dass halt irgendeinem Staat irgendwas untergeschoben wird. Wir haben ja von Anfang an gesagt, die Chinesen haben vielleicht Mist gebaut und Covid aus Versehen losgelassen. Vielleicht vielleicht hat aber auch jemand versucht, den Chinesen das unterzuschieben, um die schlecht aussehen zu lassen. Und vielleicht hat man deswegen das dann losgelassen an diesem Wuhan-Markt, damit halt die Chinesen möglichst schlecht aussehen, weil ihr Biolabor halt eben dann daneben steht. Also, das heißt, Kasachstan hat sehr viele Experten auch nachher noch gehabt und Anlagen gehabt für biologische Waffen. In Kasachstan gibt es auch unzählige Fledermäuse und so Zeug. Also, man findet dann immer irgendwas, was man weiterverarbeiten kann. Und immer noch halt eben Beziehungen zu Russland. Dann Ägypten, Syrien, Libyen, Irak, Libanon, Algerien, Marokko, Sudan, Vereinigt-Arabisch-Emirate, Afghanistan, Kasachstan, Aserbaidschan und Kirgizistan. Die arbeiten alles ein bisschen miteinander zusammen und die haben halt meistens diese biologischen und chemischen Waffenverbote nicht unterzeichnet. Also, Syrien, immer noch im immer noch im Chaos. Die haben halt eben dann auch biologische und chemische Waffen verfolgt. Und die Syrer wollten halt eben dann immer diese, sie wollten halt immer auf der Höhe sein mit Israel. Sie wollten halt so mithalten können mit den Israelis. Und die Israelis, die haben ja auch ein riesiges Programm anscheinend, bei Dimona. Und wir Deutschen haben ja teilweise das israelische Atomwaffenprogramm mitbezahlt. Da hat man dann irgendwie halt so eine Cover-Story von, naja, wir begrünen irgendwie die Wüste, Negev-Wüste oder irgend sowas. Das kam raus, finden Sie näher oder teisofrecenter.com. Und kann ich gleich mal aufrufen. Und so ähnlich, weil eben das alles so zusammengefasst wird in diesen Anlagen, so ähnlich wird das dann aber auch gelaufen sein mit den, mit den, mit den biologischen Waffen und den chemischen Waffen. Also man kann da eben mit, mit diesen ganzen Doomsday-Programmen halt sehr viel, sehr viel Schaden anrichten. Also wenn Sie nach den Suchbegriffen hier fahnden auf recenter.com Israel Atomwaffen. Dann, dann finden Sie, dann finden, das heißt es hier, hier zum Beispiel die Story, Iran und Israel sind nukleare Client States, zwei Großmächte, also die Iraner waren mit den Russen zusammen und hier die Welt online berichtete über jahrzehntelange Kreditzahlungen in Deutschland am Tel Aviv offiziell für die Entwicklung des Negev. In Wirklichkeit soll es sich bei der Anleihe mit niedrigem Zinssatz praktisch um Geldgeschenke gehandelt haben, mit denen das Battle Army Israel ein komplettes Atomwaffenprogramm auf die Beine stellte. Auch sechs spezielle U-Boote der Dolphin-Klasse spendete die Bundesrepublik. Frankreich hatte in den 1950er Jahren einen 24-Megawatt- Schwerwasserreaktor in Israel verkauft und im Paket gleich dazu 385 Tonnen Uran geliehen und mit der Plutonium-Gewinnung und der Atomwaffenentwicklung geholfen. Ha! Spätere französische Regierungen verscherbelten allerdings auch Technologie für Nuklearreaktoren an den Irak, worauf Israel 1981 mit einem eigenmächtigen Luftschlag gegen den Kernreaktor Tamuz 1 reagierte. Da gibt es glaube ich eine interessante Backstory in Ostrovskys Mossad-Entüllungsbuch. Dem Iran war im Vorjahr eine ähnliche Mission misslungen. Israelische Regierung war über das 1975 abgeschlossene Atomabkommen zwischen Frankreich und Irak beunruhigt. Genau und Ostrovski, ehemaliger Mossad-Agent berichtete, dass ein Techniker insgeheim für den israelischen Geheimdienst arbeitete und einen Zielsender deponiert hatte an der richtigen Stelle, damit die richtige Stelle bombardiert wird. Ja und dann wurde eben auch den Iranern sehr stark geholfen, also noch unter dem Schar und so und dann haben die Russen das übernommen. Also man hilft halt eben dann allen möglichen Staaten und letztendlich haben wir ja alles mögliche auch an die Chinesen verkauft, beziehungsweise die Chinesen produzieren halt eben dann Sachen und die Chinesen verscherbeln das dann an Nordkorea und Nordkorea verscherbelt halt irgendwelche Sachen dann an andere Staaten und so weiter und nordkoreanische Experten, die bilden dann irgendwelche Muslime aus, irgendwelche radikalen Muslime aus und schon haben wir den Salat. Wir haben ja gemerkt, wie schlecht halt eben die Staaten jetzt halt eben dann fertig wurden mit Covid, wobei halt eben dann der Virus SARS-CoV-2 noch mäßig ist, ja. Also da gibt's noch viel Schlimmeres. Also, ähm, Syrien arbeitete mit Ägypten zusammen, mit Iran, Libyen und so weiter und so fort. Ähm, und die Syrer haben halt eben alle möglichen Anlagen halt eben den Untergrund verlegt, damit halt die Israelis das nicht kaputtbomben können. So, dann, ähm, ähm, also syrische Sprecher, die haben halt eben dann angemerkt in der Öffentlichkeit, dass man halt eben dann sich halt eben Technologie beschafft, um mithalten zu können mit Israels, also irgendwas, was ebenbürtig ist mit Israels Nuklearprogramm. Das heißt, es handelt sich wahrscheinlich um biologische Waffen, ähm, es sind billiger als Atomwaffen und, ähm, das ist halt eben dann eine Bedrohung, also es ist vor allem eine Bedrohung, ja, wenn manche Leute immer denken, dass, dass, dass Israel ja so gut geschützt sei, ähm, es ist so, so viel gefährliches Zeug, was da draußen kreuzt und, ähm, viel krasser und moderner als das, was man immer in der Öffentlichkeit eben dann anspricht, ja, Botulinum, Toxin und Rizin und, 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 äh, Anthrax und so, da geht's noch viel krasseres Zeug. Hier Anwar Sadat und Saddam Hussein, ähm, die wollten auch biologische Waffen, Ägypten, hat eben so ein Programm, Codename Islis, äh, also das sind ja auch dann in den ganzen, bei den ganzen Staatsstreichen im arabischen Frühling, ja, wo dann halt eben dann Regime vielen und Länder in den Bürgerkrieg versunken, äh, waren, da sind dann, da sind ja auch einige Anlagen da demontiert worden, man brachte halt Ausrüstung dann woanders hin und dann durch die Techniker brachte man woanders hin, also wer weiß, wo diese Leute dann teilweise gelandet sind, wenn halt eben dann deine alte Regierung so nicht mehr existiert, dein alter Staat existiert nicht mehr so und dann, äh, suchst du eben dann einen neuen Auftraggeber, du suchst halt irgendwie, äh, eine neue Möglichkeit Geld zu verdienen und da bieten sich halt eben dann irgendwelche gefährlichen Gruppen an. Hier, ähm, also da gab es dann hier so eine Anlage, Danishocham Industrial Plant Nummer 801, Abu Zabels Chemicals and Pesticides Company, ha, und dann gibt es noch die El Nasser Chemical Pharmaceuticals and Antibiotics Company. Hm. Ähm. Also man spricht halt auch immer über diese Trägersysteme und, äh, da hapert es eben bei den meisten Nationen, aber man kann halt eben dann auch, ähm, Trinkwasser verseuchen, das ist eben auch so eine ganz große Gefahr, dass halt eben dann Leute dann doch einbrechen irgendwo, ähm, und eben dann Substanzen in die Trinkwasserversorgung geben und die Leute krank machen, also das ist auch so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Ähm. Also die verschiedenen Länder im Mittleren Osten, die bedrohen sich da gegenseitig konstant. Jeder hat so ein Doomsday-Programm. Äh, man nennt die dann irgendwie so Pestilenz und Mughrain oder Murrain. So nennen die das dann. Hier, und dann der Iran, unglaublich krasse Programme, also nicht nur das Atomprogramm, sondern man hatte eben nur noch russische Helfer und so. Äh, äh, ähm, und es ist halt eben so, wenn die Russen jetzt zum Beispiel dem Iran helfen oder die, die Amerikaner helfen dann irgendwie den, den arabischen Nationen, ähm, dann kann man das ja so deichseln, dass man eben dann diesen, diesen kleinen States halt nur so weit hilft, dass es keine große Bedrohung darstellt für die Amerikaner und die Russen, ja, weil die halt eben dann die Schutzmechanismen haben, die geheimen, weil die halt eben dann halt eben Impfstoffe haben, heimlich und so, ähm, und, und die Supermächte haben halt eben dann bessere Biowaffen, dass sie halt immer die Nase vorn haben. Ähm, also hier spricht man amerikanische Geheimdienstquellen an, so, dass die Russen halt den Iranern helfen und so. Irans, also laut den, laut den amerikanischen Geheimdienstlern ist der Iran schon so weit mit dem biologischen Arsenal, dass halt der Iran fast schon was Ebenbürtiges geschaffen hat zu einem Nuklearwaffenprogramm. Ähm, hier ist dann, hier haben wir dann von IDSA.IN chemische und biologische Waffen hier von Daesh beziehungsweise ISIS. Ähm, also da geht es halt darum, die Islamisten wollen halt eben dann hier so einen breiten Schaden anrichten und man will nicht, dass man rausfindet, wer da dahinter steckt. Dann hier von, auf nti.org geht es nochmal um den Iran hier. Also da gibt es halt eben sehr viel zivile Forschung, die man missbrauchen kann im Iran, Pharmazeutik, Impfstoffherstellung, landwirtschaftliche Biotechnologie und so weiter und so fort. Also kannst du alles missbrauchen natürlich. Ähm, also man, man entwickelt hier neue Pestizide, äh, Anti-Insekten-Pheromone, Hormon, Hormon-Behandlungs- Möglichkeiten, Mycotoxin-Inhibition- ähm, Mechanismen, um halt Pflanzen zu zerstören, halt Ernten zu zerstören und so weiter und so fort. Und es gibt im Iran ein Pasteur-Institut, das National Research Center of Genetic Engineering and Biotechnology und das Razi-Institut für Serum und Vaccines, also Impfstoffe. Ähm, und man sagt halt eben dann, also abgesehen von der, von den, von den Ersten Weltnationen sind die Institute hier im Iran weltweit führend. Ähm, dann hier Synogen, äh, Synogen, also das ist dann so eine, so eine pharmazeutische Firma im Iran, die machen halt dann zum Beispiel, äh, die haben hier eine, also eine Generika hergestellt von Interferon Beta-1a und einer der wenigen Hersteller, die das überhaupt können. Und die sind wirklich sehr, sehr gut in dem, was sie machen. Ähm, äh, Expertise in Rekombinant, äh, DNA-Technologie, Genetic Engineering, DNA-Impfstoffherstellung und so weiter und das kannst du halt eben auch alles einsetzen für Waffen. Selbstverständlich. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat der Iran eben dann, äh, sowjetische Wissenschaftler gesucht. Man hat denen 5.000 Dollar pro Monat angeboten, also das Fünffache von dem, von dem damaligen Gehalt, was sie da kassiert hatten. Ähm, pfff, und dann, also was man jetzt öffentlich bekannt weiß, ist, dass halt, ist, dass halt mindestens 5 Experten aus Russland, ähm, weggegangen sind und in den Iran gegangen sind. Also das ist halt so die, die öffentlich bekannte, äh, Information, wie viele das in Wirklichkeit waren, weiß man nicht. Können auch, ähm, können auch viel, viel mehr gewesen sein. Das ist geheim. Äh, so, dann, ähm, gab es halt eben hier Sanktionen von den Amerikanern. Das heißt, man bestraft hier Firmen, wenn sie bestimmte Güter liefern an den Iran, Güter, die man für gute und böse Zwecke einsetzen kann. Also hier geht es dann um chinesische Firmen. Oriental Scientific Instruments Corporation. Die wurden hier sanktioniert von den USA im 2004. Äh, äh, also liefern halt Gerätschaften und sogar halt Affen und andere Primaten zum Ausprobieren. Dann gibt es noch die Cibo oder gab die Cibo Chemical Equipment Plant. Also hier, die liefern die Technik, die man braucht, unter anderem für halt, äh, Anthrax und Smallpox, diese gefährlichen Erreger. Also man, diese speziellen Tanks und die hier, die kleinen Reaktoren und Evaporators, Double Cone Rotary Dryers und so. 2009 gab es dann Berichte über ein geheimes Dokument. Da wurde der Europäischen Union halt eben nahegelegt, dass, ähm, ähm, dass man eben dann Sanktionen, Sanktionen machen soll gegen verschiedene Entitäten, die halt sich beteiligen an Irans verdecktem biologischen Waffenprogramm. Ähm, hier. Dann gab es diese UN Security Council Resolution 1540. Und da wird dem Iran vorgeworfen, hat eben ein Biowaffenprogramm zu suchen. Und dann, äh, versuchte der Iran, sich halt eben dann irgendwie besser aus, besser aussehen zu lassen und hat dann irgendwie so, so eine scheinbare Offenheitsinitiative gestartet. Wir sind so Transparenz gezeigt und so. Man hätte ja alle möglichen Standards erfüllt und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es ist halt ein geschlossenes Land. Also du hast ja gesehen, das war ein teilweise groß im Spiegel der Aufhänger, wie dann irgendwelche israelischen Agenten, so Mossad-Typen, wie die halt dann einsickern in den Iran, üben alles und dann bringen sie in gekonnten Attentaten halt eben dann iranische Atomwissenschaftler um. Und genau das Gleiche kannst du auch immer machen mit solchen Biotech-Leuten. Aber es ist auch gefährlich, ab und zu werden diese Agenten eben auch geschnappt. Und, ähm, und dann, äh, ja, und irgendwann geht's halt dann mal rund. Also das heißt, 1997 schuf man die Iranian Biotechnology Society und die hat dann 350 Mitglieder und verschiedene Arme und so weiter. Das ist genauso wie in allen anderen Ländern auch, die halt Biowaffen haben. Man hat überall diese Forschung, kann überall Biowaffen verstecken. Ähm. Und dann haben wir hier noch eine Studie von FAS.org, Dschihadists, also Dschihadisten und Massenvernichtungswaffen. Und hier ist eine interessante Info. Es gab ja mal dieses Project Coast von 1981 bis 1993 in Südafrika, in dieser Apartheid-Ära. Also man hatte eben dann chemische und biologische Waffen gehabt. Project Coast. Ähm, und man wollte damit halt eben dann die aufmüpfige Bevölkerung halt klein kriegen, notfalls. Das war so der Gedanke, also, äh, Sterilisationsprogramme. Wollte den Leuten halt irgendwelche, äh, fiesen Sachen ins Trinkwasser reinschütten. Und, ähm, hatte auch dieses, diese BZ, diese, diese verrückte BZ-Droge. Ja, die dich halt irgendwie verrückt macht und, äh, teils gewalttätig macht. Man hatte dann BZ irgendwie kiloweise oder tonnenweise oder irgend sowas. Und es stellt sich heraus, dass, ähm, dass, ähm, ja, ähm, Dr. Wouter Basson, der ehemalige Anführer von Project Coast, der halt Zugriff hatte auf, halt, Cholera, Brucellosis, Pest und all diese Kampfstoffe, der Typ reiste mehrfach nach China, Irak und Libyen, getarnt als Business-Trips. Und der soll halt eben dann Proben verkauft haben, genetisch veränderte Varianten verkauft haben auf dem schwarzen Markt. Ähm, und es ist halt eben unbekannt, wie viele andere südafrikanische Wissenschaftler halt eben dann Kohle nebenher gemacht haben, indem sie halt Technologie und Know-how und Material verkauft haben. Es gab dann halt eben dann hier verschiedene Programme nach dem Untergang der Sowjetunion, wo man halt eben dann das verhindern wollte, dass diese Experten irgendwo abhauen und dass diese Labore da irgendwo hier komische Sachen machen, aber sie können sich ja vorstellen, in diversen Diktaturen, wenn er die Ordnungsmacht erstmal wegfällt. Das ist nicht so einfach. Wie willst du in so einem Floor, in so einem Flohzeugus, in so einem Heuhaufen die Nadel finden? Äh, ja. Also, es gibt dokumentierte Fälle, wo halt eben dann Biowaffenspezialisten irgendwo hingezogen sind, in gefährliche Länder gezogen sind oder halt ihre Dienstleistungen anboten auf dem Schwarzmarkt. Ähm, das russische, das russische Biopräparatprogramm, die hatten ja 40 Organisationen und 40.000 Angestellte. Riesenprogramm und versuchen mal hinterher die ganzen Leute wieder einzufangen. Das ist ja sehr, sehr kompliziert. Und man, ähm, man, äh, hat hier so einen Fall 2002 in Kasachstan, in Almaty, also da wurden da, haben dann die Behörden einen Mann verhaftet und der ging da rein in das, ähm, Scientific Center for Quarantine and Zoonotic Diseases und er wollte dort eben dann Biowaffen oder halt eben dann Krankheitserreger dort stehlen. Man konnte ihn verhaften, bevor er dann die zweite Sicherheitsschleuse, zweite Sicherheitsstufe dann, äh, durchqueren konnte. Ähm, und in vielen Ländern sind einfach diese Sicherheitsvorkehrungen äußerst schwach. Und es gibt halt eben auch die Möglichkeit, dass irgendeine Organisation irgendwelche Sondertruppen, irgendwelche Söldner halt eben dann anheuert und die Söldner, die beobachten halt dann eben das Zielobjekt und finden halt dann raus, wie kommen wir da rein. Die haben jetzt nicht nur dann Waffen und diese taktischen Kapazitäten, sondern die haben eben auch Spionagekapazitäten, das heißt, die finden dann raus, wer arbeitet dort, wer ist die Freundin von dem und wie kommt man da irgendwie ran. Ähm, 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 hier ist es noch, ähm, hier heißt es noch, ja, das heißt, man findet halt eben in der Natur diese ganzen Sachen, das wird ja auch nochmal erwähnt, dass man, also es ist halt eben seltsam, dass Al-Qaida hier, ähm, diese Anschläge durchgeführt haben soll, so unbemerkt lange Zeit, ähm, vorbereitet, also unbemerkt vorbereitet hat, diese Anschläge von 9-11, wobei man ja, ähm, Unmengen an Fledermäusen hat in, in Afghanistan und so und Unmengen an Möglichkeiten hatte, um an Krankheitserreger ranzukommen und diese dann einzusetzen gegen Amerika. Ähm, wie gesagt, wer weiß, vielleicht stecken hinter Covid, stecken hinter Covid-Islamisten, vielleicht steckt hinter Covid Nordkorea, wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht nicht wissen, aber, ähm, nach dem ersten Twin, nach dem ersten, äh, Turm, der getroffen wurde, 9-11 von den Twin Tours und World Trade Center, dachten auch erstmal alle Leute, das ist ein Unfall gewesen und dann kam das zweite Flugzeug in den zweiten Turm und dann war klar, das ist kein Unfall mehr, das ist kein Zufall mehr und so könnte es halt eben dann laufen in den nächsten Wochen, Monaten mit dem zweiten Virus und dann würdest du auch wissen, okay, das ist kein Zufall mehr und dann beschuldigen alle wieder sich gegenseitig. Ähm, b-b-b-b-bam, ähm, also es gab dann Statements von Al-Qaida-Mitgliedern, die sprachen dann einfach nur als Abschreckung, äh, sprachen über Abschreckung, ähm, hier Mustafa Set Mariam Nassar alias Abu Musab al-Souri, die sprachen dann halt eben dann über ABC-Waffen als, ähm, halt als Abschreckung, wenn er mal halt zuerst angegriffen wird, ähm, also man sollte halt eben diese Jihadis auch nicht unterschätzen, also es gibt also gerade in Ländern wie im Iran und sowas, da gibt es auch sehr viele schlaue Leute, die halt einfach dann diese Skills haben und sich die Skills aneignen können. Ich meine, ich meine, ich kenne selber, ich kenne selber irgendwie Leute aus, aus dem iranischen Raum, die dann irgendwie Medizin zu tun haben und so weiter, die sind auf einem super krassen Niveau. Ähm, also hier dann Abu Ahmad, also das Abu Ahmad alias Muhammad Salah, das war von 1995, das ist, der war so ein, so ein, äh, Hamas-Anführer. Dann gab es einen Brief von dem und dann hieß es dann, dass man eben dann hier, ähm, Leute rekrutieren will, die halt Expertise haben, ähm, die halt Expertise haben mit biologischen und chemischen Waffen. Salah, der wurde verhaftet 1993 und der meinte dann, die Operation wurde initiiert von Musa Abu Marzouk, der Anführer der Muslimbruderschaft in den Vereinigten Staaten. Angeblich, Abu Ahmad, ähm, hätte halt eben dann Befehl bekommen, die Namen zu sammeln von Palästinensern in den Vereinigten Staaten, die halt irgendwelche Expertise haben mit chemischen, äh, Materialien, Toxinen, Physik, irgendeinem Militär, Computer, irgendwas, das man nutzen kann für den Kampf. Ähm. Also, und es gibt auch, wie gesagt, es gibt alle möglichen Gruppen, die halt an sowas rankommen wollen, ja. Es gibt alle möglichen Gruppen, die, ähm, sich zu kurz gekommen fühlen, also nicht nur der, der radikale Islam, es gibt ja keine islamische Supermacht mehr, kein Kalifat. Die drei, äh, verbliebenen Supermächte heutzutage, die werden immer mächtiger und haben mehr krasse Waffen und irgendwann sind sie uneinholbar und deswegen, ähm, könnten eben dann radikale Muslime eben versuchen, halt eben dann so ein Virus loszulassen, damit man einfach nicht abgehängt wird. Und genauso denken dann vielleicht, äh, irgendwo anders radikale Kommunisten oder radikale Rechte, ja, radikale Neonazis, weil sie halt irgendwie dann denken, auf die politische langsame Tour verlieren wir und wir brauchen halt eben dann Chaos und, ähm, wir brauchen halt eben dann Chaos und, ähm, und solche Umwälzungen, damit halt dann ein Bürgerkrieg kommt und so und das halt irgendwie eine neue, dass es halt Ordnung braucht, ja, dass die Leute sich dann im Führer sehnen und das dann halt irgendwie dann wieder Ordnung und Zucht herrscht und so, ähm, dann im November 2001, im November 2001, ähm, hier im Kabul Büro von dem pakistanischen Wissenschaftler Dr. Bashir Mahmoud, ähm, da, also da fand man irgendwie Dokumente, wo es dann eben auch um ein Interesse ging an Milzbrand, Anthrax, Kalkulationen, wenn man das Ganze in der Luft halt eben dann verbreitet, wie viele Leute kriegt man da irgendwie dann tot. Mahmoud, zusammen mit dem pakistanischen Wissenschaftler Abdul Majid, denen wurde vorgeworfen, dass er sich mit Osama Bin Laden getroffen hätte in 2001, um halt eben dann ABC-Waffentechnik oder Know-how auszutauschen. Mahmoud wird verdächtig, zu dem Netzwerk zu gehören von Abdul Kader Khan. Abdul Kader Khan war ja ein Wissenschaftler im Westen, der dann die ganzen Geheimnisse über Atomwaffen halt eben dann, glaube ich, nach Pakistan gebracht hat, wobei die Amerikaner und andere Geheimdienste waren diesem Abdul Kader Khan auf der Spur und die Amerikaner haben dann immer gesagt, ja, wir haben das im Griff, wir haben das im Griff und dann war er weg. 2001 und 2002 gab es Ermittlungen in Afghanistan und man fand dann eben ein verlassenes Labor. Das sollte eigentlich fertig gebaut werden in der Nähe von Kandahar und gab es halt eben dann verschiedene Anleitungen und Bücher und so und Dokumenteordner und man fand eben dann raus oder konnte eben dann auch was ablesen. Es ging dort um biologische Waffen und teilweise ist das Desinformation, die gezielt gestreut wird, teilweise ist das auch reale Information, die man halt so nicht komplett als Normalbürger eben dann wissen darf. Also wenn man eine Top-Secret-Clearance hat oder eine Top-Secret-Compartmentalized-Intelligence-Clearance hat, der Zugangsberechtigung hat zu extrem geheimem Material, dann liest man vielleicht ganz andere Berichte und dann heißt es dann, ja, wir haben irgendwie Al-Qaida-Leute geschnappt, die hatten schon irgendwie biologische Waffen oder wir haben dann irgendwelche Quantitäten von biologischen Waffen irgendwie beschlagnahmen und vernichtet und so. Das war eine ganz andere Qualität. Dann hier, 2001 in Malaysia. Die Behörden verhafteten Jemaah-Vermitglieder von der Jemaah-Islami-Fraktion, Islamia, eine südostasische, südostasische Dschihadi-Terrorgruppe. Man verhaftet der Yazid Sufad, Businessman, in Amerika ausgebildet und Wissenschaft und der sollte zu Al-Qaidas biologischen Waffenprogramm gehören. Sufad hat einen Bachelor's Degree in Biosciences und einen Minor Degree in Chemistry und er hat eine Firma Green Laboratory Medicine und das sei eine Al-Qaida-Tarnorganisation gewesen für biologische Waffen, besonders Milzbrand. Hier Sufad, also das war der eine Fall dann hier. 2003 britische Behörden verhaften sechs Algerier in deren London Apartment. Die wollten da Rizin herstellen. Man fand eben diese speziellen Bohnen und so und wie man diese Bohnen dann klein macht und so. Man nannte das das Tschetschenen-Netzwerk. Dann gab es... Dann hier Abu Kabab Al-Mazri soll hier irgendwie doch noch am Leben gewesen sein und Al-Qaidas Massenvernichtungswaffenprogramm geleitet haben. Masri hätte Labore gestartet in Pakistan, hätte ein paar Wissenschaftler hier herangeschafft für diese Mission. Al-Mazri ist ein Trained Chemical Engineer und er gab dann auch Handbücher raus für die Entwicklung von solchen Waffen. Das fand man hier raus. Also das ist halt eben dann so die Situation, in der wir uns befinden. Und genauso gibt es dann eben dann schwammige Informationen zu Nordkoreas Biowaffenprogramm. Also da gab es dann hier zum Beispiel einen Politico-Artikel. Der Wissenschaftler Robert Duane Shelton hat eben erforscht Nordkorea und dieser Shelton sagt, ein Virus wie jetzt bei Covid-19, SARS-CoV-2, ein solcher Virus könnte eine passende Doomsday-Waffe sein für ein kleines Land wie Nordkorea. Zitat, es kostet nicht viel sowas zu machen. Es könnte dann gegen die Feinde da benutzt werden und wenn man halt eben rechtzeitig selber einen Impfstoff schon produziert hat, rechtzeitig und die eigenen Streitkräfte immunisiert hat, dann hat man den Vorteil. Und Nordkorea hat wohl verstanden, dass mal eine biologische Attacke halt eben cleverer ist, weil man niemandem genau sagen kann, wer dann dahinter steckt und man braucht, also man wird dann nicht dann sofort angegriffen oder der Gegner schlägt dann nicht unbedingt und dann geht es auch diesen Experten, diesen Weber und der meint dann eben dann, wenn Südkorea jetzt zum Beispiel gegen den Norden mobilisieren würde, wenn die US-Streitkräfte da hier reinströmen würden nach Südkorea, dann könnten der Norden halt eben dann so eine Krankheit loslassen, damit halt eben dann der Süden und die Amerikaner ausgebremst werden. Also es gibt halt Viren, die sich auch so verbreiten wie eine Grippe oder sowas und die legen die Leute, also die Soldaten im besten Kampfalter, ja, die fittesten Leute, auch so Special Forces Typen, die landen da für drei, vier Wochen im Bett und sind drei, vier Wochen lang zu nichts mehr zu gebrauchen und brauchen dann wahrscheinlich noch weitere Wochen, um wieder voll einsatzfähig zu sein. Also das ist hier so eine, ähm, das ist hier so eine Sache, die man, die man hier fürchtet, genauso könnten die Amerikaner sowas benutzen gegen die, gegen, äh, gegen Nordkorea durchaus, das muss man auch sehen. Ähm, tja, dann heißt es hier noch weiter, dann heißt es hier noch weiter, die anderen Länder sollten halt möglichst, möglichst Früherkennungs, Früherkennungs, ähm, Systeme entwickeln und halt sich verbessern in der Impfstoffherstellung, dass man schneller reagieren kann und so. Ähm, Nordkorea hat jetzt auch angekündigt, sie wollen irgendwie selber einen Impfstoff herstellen und das ist wahrscheinlich nur halt eben eine Tarnung, um halt eben weiter an biologischen Waffen zu forschen. Äh, laut Überläufern aus Nordkorea und laut amerikanischen Geheimdiensten, ähm, hat Nordkorea ein Biowaffenprogramm seit den 1960er-Jahren. Also auch in den 1990er-Jahren berichteten die russischen Geheimdienste, dass Nordkorea eben geheime Forschung macht mit Milzbrand, Cholera, Bubonic Plague, Smallpox und wer weiß was sonst noch alles. John Bolton in Amerika warnte davor, wen überrascht es? Äh, und dieser Weber, dieser eine Experte da, der war US-Biowaffen-Chefexperte für President Barack Obama, äh, der meinte eben dann, dass man halt eben neue Berichte hat aus Nordkorea und laut den Berichten ist das Programm der Nordkoreaner sehr weit fortgeschritten. Ähm, das sollte man eben im Hinterkopf behalten. Die Obama-Administration war so besorgt, auch das Pentagon natürlich so besorgt, äh, man hat dann 2011 ein Programm gestartet mit Verübungen mit Südkorea, um eben vorzuplanen für einen Ausbruch in Südkorea. Also man hat dann Quarantäne geübt, äh, Kontaktverfolgung geübt, man hat dann versucht, dann eben dann bessere Beziehungen zu schaffen zwischen halt dem südkoreanischen Militär und dem südkoreanischen, äh, der südkoreanischen Seuchenbehörde und so. Und dann gab es ja eben diese Bilder und Videos und Fotos halt eben aus Nordkorea, wo dann der Chefdiktator rumläuft. In diesem Labor, man sieht die ganzen Maschinen, die man braucht für Biowaffen. Ähm. Und dann haben wir hier noch hier vom Brookings Institute, brookings.edu, A Tale of Two Koreas in the Age of Coronavirus. Und der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea, Robert Abrams, sagte, er glaubt, dass halt eben dann Nordkorea durchaus ein Covid-Problem hat, weil, ähm, Nordkoreas Militär war im Lockdown für 30 Tage. Pyongyang hat die Schulen geschlossen und so. Ähm. Pyongyang hat sich auch eben dann Hilfe geholt von der Weltgesundheitsorganisation, Ärzte ohne Grenzen. Und dann gab es hier noch einen Artikel in der New York Times vom Januar 2019. Hier nochmal Andrew C. Weber, Pentagon-Experte für ABC-Waffen unter President Obama. Der sagt halt eben noch, Nordkorea ist gefährlich in der Hinsicht. Ähm. Und man fürchtet halt Smallpox und man fürchtet halt auch, dass die Nordkoreaner einfach Mist bauen. Ähm. Es ist halt, also es gab dann auch die Trump-Administration, äh, die Trump-Administration warnte ebenfalls vor biologischen Waffen Nordkoreas, gab es dann diese Unclassified Reports, also diese nicht-geheimen, äh, Berichte über Nordkoreas Programm. Präsident Trump sprach das nicht offen an, aber er wird sicherlich gebrieft worden sein und letztendlich entscheidet das sowieso, dass das Militär, was da drüben läuft, in Amerika, ähm. Was haben wir hier noch? Genau, und dann gab es halt 2001 diese Milzbrandangriffe in Amerika. Also ein kleines bisschen Milzbrandpulver. Ein paar Tote, 17 Kranke, also landesweite Panik. Äh, Kongressbüros wurden zugemacht, der Supreme Court wurde dichtgemacht, das Postsystem wurde dichtgemacht zeitweise und, ähm, die Reinigung kostete 320 Millionen Dollar für ein Löffelchen Milzbrandpulver. Also man, äh, also man fürchtet halt eben dann auch hier, also Diplomaten und so weiter und die Experten, die fürchten halt nicht nur einen Angriff, sondern sie fürchten halt eben dann auch, dass Nordkorea einfach Mist baut und das halt eben dann zufällig irgendwas entfleucht. Interessanterweise ist ja das genau das, was jetzt halt eben dann auch erforscht wird vom Pentagon, äh, gegenüber China mit Covid, dass halt China wirklich Mist gebaut haben könnte und dass halt eben der Virus da aus dem chinesischen Labor entkam, was dann nicht das erste Mal wäre, ähm. Ähm, und das wird verfolgt und man hat eben vorher schon gesagt, sowas kann passieren, deswegen sollten wir das bei Covid auch ernst nehmen, diese Möglichkeit. Das heißt, es ist halt eben dann keine Fake-Pandemie von Bill Gates, sondern es ist halt eben dann eventuell ein Unfall oder ein Angriff. Ähm. Also. Und dann gab es halt eben dann die neue Interkontinental-Rakete bei der Parade, die man da gezeigt hat. Also man, man kann eben dann sehr viel Gewicht transportieren. Also Nordkorea kann sehr viel Payload transportieren zu dem Ziel mit dieser Rakete. Das kann eben dann ein Haufen an Nuklearsprennköpfen sein, die man jetzt anscheinend auch schon hat. Und, ähm, eventuell auch biologische und chemische Kampfstoffe. Also das ist eben einfach die Realität, ja. Und, äh, und, ähm, wenn da mal was passiert, dann ist das die alles beherrschende Krise, dann werden alle auf der ganzen Welt darüber reden. Und dann geht da natürlich dann wieder diese Desinformation los und das Gestreite los. Und wer, wer glaubt was und wer, ähm, wer muss jetzt irgendwie da auf welche Linie einschwenken und so und so weiter und so fort. Also das heißt, irgendwann ist Covid auch mal wieder vorbei. Und dann gibt es eine andere Krise. Und meistens ist es ja so, die Regierungen, ähm, meistens ist es so, die Regierungen, ähm, hier im Westen, die wollen ja eben die Bürger halt eher langsam weich kochen. Also das heißt, Jahr für Jahr, äh, also mehr Steuern und mehr, die Kosten gehen nach oben und immer mehr Gesetze und so weiter und so fort. Und alle fünf Jahre oder sowas gibt es eine fette Krise. Also Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Covid-Krise und so. Und, ähm, jede von diesen großen Krisen ist jetzt nicht gleich das Ende der Welt, aber halt schon ein empfindlicher Schlag. Aber man bleibt halt, auch dank dieser Datenbanken und Psychometrie, man bleibt immer ungefähr mit einem gewissen Abstand unterhalb der Frustrationstoleranz von den meisten Bürgern. Das habe ich ja in meinem neuesten Buch auch genau erklärt, Tiefste Geheimnis der Supermächte Band 4, Herrschafts- und Widerstandstechniken. Man hat diese Datenbanken, man hat Psychometrie, und man weiß also genau, in welchem Zeitraum kannst du der Bevölkerung was genau aufdrängen, ohne dass die randalieren, ohne dass die austicken. Und dann kann man eben das schön dosieren, ja, schleichend dosieren und die Leute halt so langsam weich kochen. Ähm, und deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn halt, wenn halt dann, ähm, wenn halt dann Leute immer kommen, oh, die Flüchtlingskrise ist quasi die Apokalypse jetzt, oder wenn manche jetzt denken, Fake-Covid-Pandemie oder sowas, ähm, diese angebliche Fake-Pandemie sei jetzt die Apokalypse und es droht uns nächste Woche die Corona-Diktatur und so. Und jetzt geht's um die Wursten, wir müssen jetzt alle diesen verrückten Aktivismus machen und so. Also ständig kommen da Leute und sagen, okay, das ist die Apokalypse, das ist die Apokalypse. In Wirklichkeit versuchen die das immer eher zu dosieren. Ähm, wenn man sich halt eben ständig einliest in die Geschichte, dann ist man erstaunt darüber, wie, ähm, wie stark eigentlich verzichtet wurde seit 1945 im Westen, wie stark verzichtet wurde auf Monster-Krisen. Also richtig Massen-Casualty-Events, wo dann halt eben zig Leute draufgehen und halt massive Wirtschafts-Crashs über Nacht. Ist nicht ausgeschlossen, dass mal sowas kommt. Also ich bin auf alles Mögliche vorbereitet, aber, ähm, ich bin halt eben auch vorbereitet drauf, dass halt eben dann diese Weichkoch-Strategie passiert. Ähm, und ich fühle mich jetzt nicht genötigt, da irgendwie einen auf Wendler zu machen oder einen auf, ähm, auf diesen Höcke-Trip zu gehen oder, oder irgendwie so diesen QAnon-Fanatikern beizutreten, die alle dann irgendwie immer glauben oder promoten, es ist irgendwie, äh, eine Minute vor zwölf und wenn wir jetzt nicht alle mit durchdrehen, dann, äh, dann gehen wir unter. Es ist meistens ein Long-Game, das da gespielt wird, von den Supermächten, von den Eliten und es ist halt einfach, ähm, man hat es mit Profis zu tun, mit Experten zu tun, die haben die Datenbanken, die haben die Psychometrie. Also sollte man sich nicht unbedingt ständig immer hier, äh, so politisch verrückt machen lassen, sodass halt die ganze Bevölkerung sich da gegenseitig bekämpft und bekriegt und das sehen wir jetzt halt eben dann, ähm, nicht nur mit diesem Links-Rechts-Kampf, der, äh, extrem hochge, hochgekocht ist oder der, so dieser radikale Islam versus radikale Islam-Gegner, sondern wir sehen das jetzt eben dann auch bei Covid. Ähm, wir sehen das eben bei Covid und ich hab dann so einen Beitrag gemacht heute über die Extremismus-Falle. Also wir haben jetzt halt eben dann, wir haben jetzt eben dann Attila Hildmann und der Wendler, die haben sich dann zugedröhnt vor ihren Computern mit Content aus einer Echo-Kammer und die zumeist linken Gegner der beiden haben sich wiederum zugedröhnt mit Content aus ihrer eigenen Echo-Kammer und so kämpft man gegeneinander, auch mit juristischen Mitteln. Also die einen normalen Steuerzahler untertanen, bekämpfen die anderen normalen Steuerzahler untertanen. Hildmann wurde jetzt verurteilt wegen dem Teilen eines Haverbeck-Videos zum Holocaust und wird über digitale Formulare tausendfach angezeigt von Bürgern bei den Behörden wegen allen möglichen weiteren Postings. Wie viele Verfahren kann Hildmann, der Ehrenmann, äh, wie er sich nennt, gleichzeitig stemmen und überblicken? 20? 50? Irgendwann, ähm, irgendwann kippt auch der aus den Latschen. Also das ist halt einfach ein Fass ohne Boden. Wer eine linke Weltverschwörung wittert, der glaubt, dass es bald zum Showdown kommen müsse. Trump könne die Wahlen verlieren. Äh, Covid, das als Fake betrachtet wird, crasht die gesamte Wirtschaft. Die offene linke Diktatur sei bald da. Und in diesem apokalyptischen Denkmuster erscheint es vielen Leuten sinnlos, sich auf ihre berufliche und private Zukunft zu konzentrieren. Man will lieber radikalen Aktivismus machen. Und man fühlte sich dann bestärkt durch Trump und Putin und den kurzzeitigen Höhenflug der AfD. Und dann kommt die Apokalypse nicht. Oder sie kommt so in Raten und, ähm, und es zieht sich halt lange, lange hin. Und die Leute haben halt eben einen riesen Schaden, weil sie sich eingelassen haben auf diesen radikalen Aktivismus. Der nur die Bevölkerung gegeneinander aufhetzt. Also ich sehe ja ständig Leute, die dann in meinen Kommentarsektionen irgendwo rumagitieren wollen, nicht diskutieren. Die meinen dann immer, sie sind die Krieger des Lichts, die Krieger des Rechts. Aber letztendlich, ähm, erstens bin ich nicht das Problem. Zweitens, ähm, habe ich bessere Lösungen ausgearbeitet, weil diese Aktivisten, was sie machen, ist, sie hetzen weiter die Bevölkerung gegeneinander auf. Das heißt, man sieht ja irgendwie, ähm, zehn Prozent, die halt so im rechten Spektrum, Verschwörungsspektrum, klassische Verschwörungsmedien sind. Diese zehn Prozent, ähm, ähm, äh, die grenzen sich immer mehr ab von den restlichen 90 Prozent, gegen die sie keine Chance haben. Sie haben keine Chance gegen diese 90 Prozent. Und, ähm, sie, ähm, sie, äh, sie werden immer wütender und wütender. Und wenn dann mal diese zehn Prozent, von denen auch nur ein Teil wirklich aktiv ist, ja, ähm, wenn diese, wenn, wenn so ein, wenn diese üblichen, diese übrigen zehn Prozent, wenn die sich dann mal zusammenraufen sollen, wie bei den Querdenker-Demos oder bei dem Covid-Widerstand. Und wenn die mal zusammen agieren sollen, verstreiten die sich nach, 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 nach einer Woche. Aber so richtig. Und, und nicht mal im rechten Spektrum ist mal das sicher, sondern wenn du halt sagst, okay, dieses Nazi-Zeug, das ist, das ist eine Sackgasse, das ist eine Falle. Dann wirst du attackiert, ja, also dann, dann wäre auch ich attackiert, ja, ich, ich sei irgendwie Teil der Verschwörung und so und von der linken Weltverschwörung. Ich meine, ich bin verheiratet seit, äh, zehn Jahren. Ich ziehe zwei Kinder groß. Ähm, weil ich lebe auch gewisse Werte, aber, ähm, ich bin jetzt auch nicht so klassisch auf dieser ideologischen Schiene, dieser begrenzten, festgenagelten ideologischen Schiene. Ähm, und ich weiß halt, dass diese Ideologien so geschaffen wurden von den Supermächten und dass halt man damit die Leute kontrolliert. Auch vor 15 Jahren wirkte die Welt apokalyptisch auf die Konsumenten gewöhnlicher Verschwörungsmedien. Also mir kam es damals auch apokalyptisch vor. George Bush war Präsident, die Neocons führten zwei illegale Kriege, es gab Strukturen für Masseninternierung in den USA und mit dem Patriot Act wurde die Verfassung ausgehöhlt. Es gab Ghost Prison, also Geheimgefängnisse, wo gefoltert wurde hier in Europa für die CIA. Hey, besonders die Linken wähnten die Apokalypse, aber auch andere und die Leute kamen halt dann wirklich zusammen. Und das ist so der Spirit, der mich so begeistert hat in den 2000ern oder in den früheren 2000er Jahren. Das war nicht so ideologisch, ja, da kamen halt Christen und Muslime zusammen und Linke und Rechte und Libertäre und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt rauszufinden, was wirklich los ist und wie wir das wirklich, das Problem gelöst kriegen. Und die Leute kamen zusammen. Und das war für das Establishment eben ein Riesenproblem. Und dann kam halt eben dann auch wissenschaftliche Forschung, also wissenschaftliche Forschung mit rein von Anthony Sutton und anderen Leuten, die was taugen. Und es gab halt eben dann das frühe Infowars, ja, und die haben dann gesagt, hey, weg von diesem Links-Rechts-Denkmuster. Es ist eine Oberschicht, die Anglo-Amerikanische Imperium, es geht zurück auf das britische Kolonialreich. Und diese Typen kontrollieren beide Parteien und dieses Links-Rechts-Ding. Und, also man wähnte die Apokalypse, aber die Apokalypse blieb aus. Nicht, weil die Situation nicht gefährlich war, sondern weil die eine amerikanische Oberschicht die Menschen lieber schrittweise weichkocht und das gesamte politische Spektrum samt Verschwörungsideologien kontrolliert. Bush verschwand, es kam Obama und die Wirtschaftskrise. Und nun, kurz vor den Wahlen, mitten in Covid, bei denen Trump weit abgeschlagen wirkt, wurde ein mächtiger Zirkus veranstaltet über die Frage, ob Trump das Wahlergebnis akzeptieren werde, Gebrabbel über Bürgerkrieg und eine dicke Portion Apokalyptik. Die einen fürchten, dass die linke Weltverschwörung mit einer Fake-Pandemie Trump aus dem Amt drängt und die große offene Diktatur ausgerufen wird. Die anderen fürchten, dass der rechte Trump zusammen mit dem rechten Putin die große faschistische Diktatur bringen wird. Jeder dröhnt sich zu in seiner jeweiligen Echokammer und begreift nicht, wie er hereingelegt wird. Das angloamerikanische Imperium wollte Trump im Amt und kontrolliert die Situation jederzeit. Es geht nur darum, die Leute dazu zu bringen, sich gegenseitig als die Ursache der Probleme zu betrachten und sich zu bekämpfen. Auf jeden wütenden Trump-Q-Anhänger, der auf den Sturm wartet, kommen ganz anders denkende Menschen, die genauso wütend und verbohrt sind und auf die Apokalypse warten und auf den großen Kampf warten und so. Jeder macht Aktivismus gegeneinander und verschwendet kostbare Zeit. Der Aktivismus der Linken bestätigt die Rechten in ihrem Glauben an eine linke Weltverschwörung Irgendwann ist Covid vorbei, wobei hoffentlich kein zweiter Virus gleichzeitig auftaucht und irgendwann ist Trump nicht mehr Präsident und die AfD ist ein bedeutungsloses Sammelbecken. Die Welt wird nicht untergegangen sein, weil die Strategie des schrittweisen Weichkochens für die angloamerikanische Supermacht eben am besten funktioniert. Also das heißt, lasst euch nicht einwickeln von diesem Internetwahn da draußen, von diesem radikalen Internetwahn, von diesen Internetsekten. Ähm, äh, genau, das hatten wir, ähm, dann hatten wir, äh, dann hatten wir das hier, ähm, Russland wird Widerspruch gegen Massenimpfung der Bevölkerung verhindern. Also die russischen Bürger mögen die Covid-Einschränkungen nicht, trauen auch nicht den russischen Impfstoffen, die gerade getestet werden. Aktivismus gegen Einschränkungen wie im Westen ist in Russland allerdings seit Monaten streng verboten und steht unter Strafe. Nun scheint auch Kritik an der geplanten Massenimpfung bekämpft zu werden. Die russische Nachrichtenagentur TASS, wir haben den Link da drin, meldet, es sei nun die Hauptaufgabe der russischen Verbraucherschutzbehörde und anderer Agenturen, Behörden jeglichen Dissens über einen Coronavirus-Impfstoff zu verhindern, sagte die Leiterin der Verbraucherschutzbehörde Anna Popova am Dienstag. Die Aufklärungskampagne ist gerade jetzt extrem wichtig. Es ist entscheidend, um den Covid-Dissens zu stoppen und die Ablehnung des Coronavirus-Impfstoffs zu verhindern. Denn der Impfstoff ist es, der uns unbestreitbar viel mehr Vertrauen in die epidemiologische Situation, in ihre Vorhersage und in die Blockade in ihrer weiteren Entwicklung geben wird. Also laut ihr ist es derzeit unerlässlich, Informationen zu vermitteln, die Notwendigkeit auf sich selbst aufzupassen, Masken tragen und so weiter, Geldstrafen zu vermeiden. Russland will 70% seiner Bevölkerung innerhalb von 10 bis 12 Monaten gegen Covid-19 impfen. Das erklärte der Leiter des Gamalea Federal Research Centers mit dem Namen Alexander Ginzburg. Aha, interessante Figur, muss ich nochmal nachgucken. Und der russische Gesundheitsminister Mikhail Murashko sagte am Dienstag, ja, wir waren nicht gut genug vorbereitet. Sagt er bei einer Online-Konferenz. Und Putin sagte ja, Zitat, die Ansteckungsgefahr ist auf höchstem Niveau, die Bedrohung, die tödliche Gefahr des Virus besteht weiterhin. Russland hat es geschafft, die Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen, aber wir haben den Höhepunkt noch nicht überschritten. Also heißt, über Monate hinweg sahen wir jetzt diese Vorgänge in Russland und so weiter und anderswo. Und es ist einfach eine Pandemie. Die hauptsächlich gefährlich ist für Leute ab 65, aber da gibt es ja sehr viele Leute, die halt über 65 Jahre alt sind. Es trifft auch Leute, die in ihren 40ern sind, in ihren 50ern sind. Und das ist für jedes Land ein Problem. Es ist halt keine Fake-Pandemie und Putin hat da jetzt keinen komischen Deal mit irgendeinem linken Deep State, um sich da an einer Fake-Pandemie zu beteiligen, sondern die ganzen Länder wuscheln sich halt alle irgendwie durch. Oberste Gerichtshof Russlands hat es für illegal erklärt, gefälschte Nachrichten über die tödliche Coronavirus-Pandemie nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch öffentlich zu diskutieren. Und dann kommen halt so Influencer, die halt erstmal lange geschwiegen haben über die Zustände in Russland und die dann jetzt so aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, aber immer noch ist es entspannter in Russland. Also die Russen nehmen das doch noch viel entspannter als jetzt im Westen und so. Nicht wirklich. Also wenn dann solche krassen Verbote da sind, dass du halt nichts anderes sagen darfst, als das, was die Regierung halt eben erlaubt, das ist kein entspannter Kurs. Und wenn du jetzt halt eben dann auch Widerspruch gegen die Impfung verbieten willst, ich meine, das zeugt jetzt auch nicht gerade von einem entspannten Kurs. Und dann hast du halt eben noch, ja, 30% der Leute werden jetzt ins Homeoffice geschickt und hier Einschränkungen, da Einschränkungen und man behält sich weitere Einschränkungen vor. So entspannt ist das nicht, meine Damen und Herren. Dann hatten wir noch hier das mit den Altparteien. Wir hatten das hier mit diesen Altparteien, also in Umfragen, die CDU sinkt wieder, die SPD ist jetzt auch immer noch schwach, die AfD ist bei 11% und so, also die einzige richtige Covid-Leugner von der AfD. Die wurden ja eigentlich gezwungen von den Influencern, von den alternativen Medien auf diesen Covid-Leugner-Kurs umzusteigen. Also ich weiß noch, wo dann irgendwie Böhringer sich so beschwert hatte über den Shitstorm und die Drohungen und dann haben dann linke Medien genüsslich dann darüber berichtet, dass da eben dann hier die alternativen, sogenannten alternativen Medien, die drohten dann der AfD und haben gesagt, ey, wir machen euch fertig, wenn ihr nicht spurt. Und dann hat man dann so neue Parteiprojekte irgendwie gestartet, halt anlässlich zu Covid. Die sind inzwischen auch wieder in der Versenkung verschwunden. Und man hat dann so wirklich gesagt oder halt kommuniziert, dass man mit diesen neuen Politprojekten halt Druck machen will auf die AfD. Man will halt eben dann der AfD Angst machen, damit die AfD endlich spurt. Und dann ist die AfD halt darauf eingeschwungen, aber es brachte denen auch keine weiteren Stimmen. Also es hilft der AfD, nix. Und jetzt ist halt jeder Dritte in Deutschland mit dem Corona-Krisenmanagement der Großen Koalition unzufrieden. Also das war auch zu erwarten. Das Narrativ der Pandemie-Leugner lautet ja, die Altparteien hätten eine Fake-Pandemie herbeigeredet, um die Wirtschaft endgültig zu crashen und die Schuld dafür auf den Virus abzuladen. Dieses Narrativ ergab noch nie viel Sinn und Umfragen zeigen, dass die Bürger erwartungsgemäß unzufrieden sind mit den Parteien in der Gesamtsituation. Für eine offene Corona-Diktatur fehlt das Personal und mit einer Fake-Pandemie kriegst du die Leute nicht ruhig oder passiv oder so. Seit Jahrzehnten werden die Bürger schrittweise weichgekocht und bei einem plötzlichen Crash würde sich die Wut auf die Altparteien entladen, nicht auf den komplizierten Virus mit all den komplizierten epidemiologischen Faktoren. Es gibt nicht das Personal für eine Corona-Diktatur. Also wenn die Pandemie in Wirklichkeit viel harmloser wäre, dann hätte die Große Koalition längst weitreichende Lockerungen umsetzen können. Für die Leugner gab es deshalb keine extremen Lockerungen, weil entweder die linke Weltverschwörung das so entschieden hätte oder weil die Bundesregierung keinen Fehler eingestehen will. Auch diese Narrative machen keinen Sinn. Die Bevölkerung hätte der GroKo nach weitreichenden Lockerungen verziehen, da ja in allen möglichen Ländern Lockdowns waren und anhaltende Beschränkungen. Also es geht nicht in die Hirne der Pandemie-Leugner hinein, dass Covid vielleicht einfach nur ein großes Problem sein könnte für alle betroffenen Länder, die sich dann irgendwie mit den Standardmethoden halt so durchwursteln müssen. In den USA ist es das gleiche Bild. Trump ist nicht mehr sonderlich beliebt, könnte bald abgewählt werden. Und es heißt, Fake-Covid-Pandemie ist ein Plot der Democrats und der linken Weltverschwörung und es lief ja alles so gut für Trump und wegen dieser Fake-Pandemie läuft es halt schlecht für Trump. Ja, die Democrats können jetzt darauf hoffen, dass bald ein Impfstoff in Massen verfügbar ist und sich die Pandemie beruhigt. Dann blieben aber die wirtschaftlichen Probleme und die Republicans könnten darauf hinarbeiten, eine Mehrheit im Kongress zu bekommen. Das endlose Rad dreht sich weiter und die Bürger erreichen ihre Ziele nicht. Also es macht auch keinen Sinn für die Democrats, sich da irgendwie zu verschwören mit den Chinesen, um da irgendwie so Fake-Covid zu machen. Ich meine, allein der Versuch und sowas, du würdest ja sowas, du würdest ja 50-fach erwischt werden. Und die russische Spionage, die würde dann die Geheimnisse aufdecken und würde dann die perfekten Beweise sammeln. Und dann würden die russischen Geheimdienste dann diese perfekten Beweise irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, ohne dass man das auf die Russen zurückbefolgen kann. Und BÄM! Wären die linken Verschwörer im Eimer. Ja, aber es kommt ja nie was Gescheits von den Russen. Die Russen decken ja nie was richtig auf hier im Westen. Nie. Weder zu 9-11 noch zu sonst irgendwas. Das endlose Rad dreht sich weiter. Die Bürger erreichen ihre Ziele nicht. Stehen mit leeren Händen da. Irgendwann ist Covid vorbei und die AfD liegt immer noch bei rund 10 Prozent, während die Altparteien weitermachen wie immer. Und die gleichen oder dieselben Influencer, die jetzt halt über Covid Quatsch machen, die haben auch die AfD kaputt gemacht mit diesem Nazi-Kurs und leugnen dann auch den Nazi-Kurs und so. Es ist einfach nur traurig. Und ja, und man sieht halt eben halt eine schlechte Covid-Story nach der anderen aus den alternativen Medien. Ein Fake nach dem anderen, das ist wirklich nicht feierlich, meine Damen und Herren. Also das hilft uns nicht, wenn Leute da irgendwas auf Telegram aufschnappen und es dann weiterverbreiten. Es hilft uns nicht, wenn da so Fakes verbreitet werden. Das driftet teilweise ab auf dieses Spiegel-Relotius-Niveau. Und falls Sie sich erinnern, Relotius hat ja da ganze Stories komplett erfunden. Er wollte immer der Beste sein, hat dann eben dann die Sensationen einfach hier sich zusammenfantasiert. Am Computer in seinem Hotelzimmer, während die anderen Reporter da, dieser Moreno, der musste da wirklich dann in die Hitze von Mexiko rumackern und so. und sich bemühen und Relotius, der saß da eben dann in seinem Office, in seinem Büro oder in seinem Hotelzimmer und tippte dann irgendwas in die Tassen, von wegen, er hätte da die krasseste Milizgruppe da, er sei dann mit der krassesten Milizgruppe unterwegs gewesen. Die hätten da auf irgendwelche Leute geschossen in der Wüste, ohne zu wissen, auf wen sie da eigentlich schießen und so. Und die hätten den Reporter da so reingelassen. Bull. Und genau so agieren inzwischen die Covid-Leugner. Also wir hatten das mit diesen angeblichen toten Kindern. Erst hieß es ein totes Kind wegen Masken. Und keiner weiß bisher, warum da ein Kind gestorben war. Also es ist überhaupt nichts bestätigt. Dann hieß es ein zweites Kind. Und da haben dann die Eltern gesagt, nee, das hat nichts mit der Maske zu tun. Dann wurde überhaupt ein drittes Kind. Und der Fall war komplett fake. Und dann hieß es, zehn weitere Kinder. Und jetzt sind wir schon bei, glaube ich, 23 Kindern, die angeblich gestorben sind wegen Masken. Irgendwie in Österreich und in Deutschland. Aber keine toten Kinder irgendwie in Amerika, wo es da viel mehr ist. Ein Unfug nach dem anderen. Und es hilft uns wirklich nicht. Und dann kam das mit diesem Dr. Nabarro von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und dieser Dr. Nabarro von der WHO, der sagte halt eben dann, ja, wir von der WHO, wir befürworten keine Lockdowns als primäres Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Das heißt, das Statement von ihm in den Medien war nichts Neues. Das sagt er schon seit ewigen Zeiten. Das sagen auch andere von der WHO. Das sagen auch die ganzen Regierungen da draußen. Und die beherzigen das ja auch. Die wollten einfach nach den großen, harten Lockdowns im Frühjahr, wollten die alle keine neuen, krassen Lockdowns mehr. Dann haben die alle gesagt, wenn die Leute die Masken tragen, wenn die Leute Abstand einhalten, dann kriegen wir das wohl in den Griff. Und dann brauchen wir keine Lockdowns. Ja, ganz krasse Lockdowns sind eher das letzte Mittel, nicht das primäre Mittel. Also diese Aussage von diesem Dr. Nabarro war nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Das ist das, was alle Regierungen sagen. Auch die Russen sagen ja auch, haben wir die Berichte auf recenter.com. Die Leute sollen die Masken tragen, die Leute sollen sich in Abstand einhalten. Und hoffentlich geht alles gut und dann brauchen wir keine harten Lockdowns. Und was geschah dann in den Medien? Also es gab dann ein paar Massenmedien, die darüber berichtet haben, Schlagzeilen. Es gab vor allem alternative Medien, die darüber berichtet haben. Und dann hieß es in den Schlagzeilen immer, die WHO hat ihre Meinung geändert zu Lockdowns. Eine Kehrtwende. Oh, die WHO hat jetzt eine völlig andere Haltung zu Lockdowns. Und dann Reitschuster und diese ganzen Leute, die sich da beliebt machen wollen bei ihrer Publikumsklientel. Die haben dann alle sich selber auf die Schultern geklopft. Oh, was sind wir doch für tolle Journalisten. Wir recherchieren doch richtig, nicht wie die blöden Massenmedien. Wir berichten darüber, dass die WHO jetzt eine totale Kehrtwende gemacht hat. Und dass nichts davon stimmte. Es gab keine Kehrtwende. Es gab keine Kehrtwende. Und das hätte auch nicht lange gedauert, um das rauszufinden mit einer Recherche. Das heißt, gerade noch war die WHO der große Satan für die extremsten Kritiker der Covid-Maßnahmen. Aber nach ein paar kurzen Statements von Dr. David Nabarro hat man dann gesagt, oh, die WHO ist auf unserer Seite. Die WHO bestätigt, dass wir glauben. Yay! Ähm, ähm, ähm. Also, äh, Dr. Nabarro stimmte kürzlich bei einer Veranstaltung dem britischen Premierminister zu, dass eine weitere nationale Abriegelung brutal wäre. Die einzige Möglichkeit, dies zu vermeiden, warnte er, wäre extrem respektvoll, gegenüber Covid-19 zu sein. Masken, dadada, Zitat, sie müssen die Zahlen niedrig halten, denn das kann sich super schnell vermehren. Nabarro sagte also das Gleiche wie Boris Johnson. Lockdowns vermeiden, bis es nicht mehr anders geht. Trotzdem reicht es halt oftmals nicht mehr. Es gibt neue Beschränkungen. Ähm, ähm, und, ähm, ja, und, äh, dann David Nabarro, halt Adel, ist vom Adeligen Deep State, ja. David Nabarro ist der Sohn des verstorbenen Adeligen Sir John David Nunes Nabarro. Der war Senior Vice President vom Royal College of Physicians, königlich, königliches College der Physicians, ähm, dessen Cousin der Adelige Politiker Sir Gerald Nabarro war. David studierte in Oxford und ist Fellow im Royal College of Physicians. September 2005 wurde Nabarro von der WHO abgestellt und vom UN-Generalsekretär Kofi Annan, bla bla bla, Annan für halt Vogelgrippe und so weiter. Dieser Mann ist jetzt der neue Held der Covid-Maßnahmenkritiker und Komplettleugner. Also ich wäre vorsichtig, so einem Typen zu vertrauen, ähm, und ich meine, er hätte sowieso nichts Besonderes gesagt. Es ist ja immer, die, die Covid, die Leute, die halt alles wegleugnen wollen, ja, die Covid-Kranken, die Diagnostizierten seien, also, wenn du, wenn du positiv Getesteten hätten gar nicht Covid, ähm, also die Kranken sind keine Kranken, die Covid-Toten sind keine Toten, die PCR-Tests sind alle total Schrott und alles Fake, alles Fake, und, ähm, also diese Komplettleugner, die tun immer so, als hätten sie irgendwelche besonderen, neuen Informationen, aber die haben nichts Besonderes, die haben nichts Neues. Sie tun auch immer so, als hätten sie einen einfacheren, besseren Ausweg und tun dann immer so selbstsicher, oh, man muss einfach nur die alten Leute isolieren, nur die alten Leute isolieren und die Restlichen können doch fast machen, was sie wollen, als wäre es so einfach. Es ist halt einfach nicht so einfach. Und, äh, jetzt kam dann auch der Chef von der WHO, dieser, ähm, dieser, ähm, dieser, wie heißt der, ähm, Tedros Adhanom, der Chef von der WHO hat jetzt aktuell nochmal gesagt, ja, der Chef von der WHO hat jetzt aktuell nochmal gesagt, es, es, es ist, es ist nur eine Theorie, dass du so eine Herden, Herden, ähm, Herdenimmunität bekommst. Also die Idee, das ist unethisch, hat er auch gemeint und halt eben gefährlich. Du kannst nicht alle Leute ab 60 oder sowas einsperren, eine Zweiklassengesellschaft schaffen und, ähm, er sagt ja auch, das ist riskant, wenn halt eben zu viele jüngere Leute sich dann infizieren und so und die können dann auch doch eben schon die, doch wieder die älteren Leute infizieren. Das ist ein riskantes Experiment. Es ist nicht klar, überhaupt nicht klar, ob das das funktionieren würde, meinte der Chef der WHO. Er meinte, Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt. Er hofft dann auf Impfungen. Es ist zu wenig bekannt über Covid-19, um zu wissen, ob Herdenimmunität überhaupt erreichbar sei. Man kann das nicht riskieren. Ähm, die WHO schätzt, dass weniger als 10% der Bevölkerung über eine Immunität gegen das Coronavirus verfügen, was bedeutet, dass die große Mehrheit der Welt weit entempfänglich ist. Ach ja, da ging noch ein Fake rum in der alternativen Lügenpresse. Äh, und zwar hieß es dann so, dass die WHO hätte bestätigt, dass, ähm, die Tödlichkeit von Covid vergleichbar sei mit der Grippe. Nein, falsch, falsch, falsch. Wir haben das im Nachrichten, äh, Newsblitz, unseren kommentierten Nachrichten, ist auch eine Falschmeldung. Und es ist einfach nur schädlich. Es hilft uns wirklich nicht weiter, wenn Leute so mit Relotius-Methoden arbeiten, irgendwas erfinden und Müll verbreiten. Es hilft nicht mir, es hilft nicht meinen Kindern, es hilft nicht den Leuten da draußen und deren Kindern, es hilft uns nicht. Ja, und es hilft auch nicht, wenn dann irgendwie, äh, die, die Tödlichkeit, also wirklich die, die Infection-Fatality-Rate von Covid, die in zig Studien und Metastudien halt in einem Spektrum festgesetzt wurde von 0,6 bis 1,4 Prozent, 0,6 Prozent bis 1,4 Prozent. Ähm, und es schwankt ja auch wegen zig Faktoren. Und, und dann kommen so diese, 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 diese alternative, kommen diese alternative Lügenpresse und sagt, nö, die Infection-Fatality-Rate sei irgendwie 0,0 irgendwas bei Covid, aber die Tödlichkeit von der Grippe sei dann irgendwie, von der gewöhnlichen Grippe sei dann irgendwie 0,5 oder 1 Prozent. Also, wie gesagt, da wird es dann vollkommen gaga. Ich meine, da werden dann immer die größtmöglichen Schätzungen genannt für die, für die saisonale Grippe, obwohl halt bestätigte Grippefälle halt eben dann viel, viel weniger sind und das auch nur geraten wird. Und dann haben wir noch in der Story halt hier auf recenter.com den, den krassen Hintergrund von Adhanom gebracht, hier nochmal. Also, wir sind super kritisch, was diese Leute anbetrifft und die Royal Society. Ich habe das ja alles monatelang hier intensiv erforscht und ein Buch veröffentlicht, kurz vor der Pandemie. Seuchen und Supermächte. Ja, Zufall hat es so gewollt. Also, wehe irgendein, ein Dödel, ein Dildo da draußen und das stellt mir, ich sei nicht kritisch oder kritisch genug gegenüber den, der etablierten Wissenschaft. Wie gesagt, manchmal sagen die, manchmal sagen die etablierten Wissenschaftler die Wahrheit, wenn sie dürfen, wenn sie nützt oder das Establishment sagt die Wahrheit, ein Teil davon, wenn sie nützt. Wir benutzen auch Computer und Internet jeden Tag, auch wenn es halt von sehr, sehr heiklen Wissenschaftskreisen entwickelt wurde. Das ist halt so. Das ist ein Kompromiss. Genau, und dann haben wir noch hier noch dieser Nabarro von der WHO, der warnte im Juli, die Situation in einigen Teilen der Welt sei beunruhigend, insbesondere in Ländern, in denen die Führer die Gefahren von Covid-19 herunterspielen. Okay, das können sie sich immer aufs Brot schmieren lassen, ja, da draußen, wenn sie halt irgendwie da reingefallen sind auf diese Meldungen von wegen, uh, die WHO hat ihre Meinung geändert. Nein, hat sie nicht. Nein, nein, nein. Er sagte, dieses ist im Augenblick ein sehr ernstes Problem, das sich auf der ganzen Welt extrem schnell ausbreitet. Ich bin sehr besorgt über die nächsten sechs Monate, sagte er, was wir daraus lernen, ist die absolute Notwendigkeit, dass jeder in jedem Land alles in seiner Macht stehende tun muss, um Ausbrüche zu stoppen und wenn sie sich aufbauen, sie wirklich schnell zu unterdrücken. Das bedeutet nicht, riesige Abriegelungen zu haben, sondern die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wo sich das Virus befindet. Also, nur wenn es nicht anders geht, halt eben fette Lockdowns. Genau das, was alle anderen auch sagen. Und dann, er will ja mehr Macht für die WHO. Das ist auch etwas, was die ganzen Dödel da draußen überhaupt nicht recherchiert haben, sondern, Nabarro sprach Mitte September offen vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments, dem er mit seinem adeligen Familienhintergrund besonders verbunden ist. Er bedrängte, das britische Außen- Commonwealth- und Entwicklungsministerium einkommensschwachen Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Was so viel bedeutet, wie eine Ausweitung der Macht der WHO über das britische Commonwealth Empire. Ja, das heißt, was bedeutet das auf gut Deutsch? Nabarro äußerte sich im Rahmen einer Untersuchung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten zur Rolle des Landes bei der Stärkung multilateraler Organisationen einschließlich der Frage, ob die WHO reformbedürftig sei und ob ihre Befugnisse durch Sanktionen und obligatorische Inspektionen gestärkt werden sollten. Sanktionsmacht für die WHO und mehr Geld. Zitat, die derzeitige Finanzierungsgrundlage der Organisation ist nicht tragfähig, wenn man bedenkt, was von ihr verlangt wird und in welchem Maße die Welt von ihr abhängt. Yikes. Und Nabarro sagt im September noch, die Welt steht immer noch am Anfang der COVID-19-Pandemie und ist noch nicht einmal in der Mitte. In einem Exklusivinterview mit The Daily Guardian sagt der Dr. David Nabarro, dass die Infektion als eine ständige Bedrohung für die Menschheit betrachtet werden sollte. Sie ist immer noch da und vermehrt sich jetzt. Wir müssen damit leben. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ein Impfstoff entwickelt ist und wann er für jeden zugänglich sein wird. Also er sagt dann nochmal hier physischer Abstand, Masken, Hygiene, Händewaschen und Fernhalten von anderen Leuten. Also wieder mal ein totaler Fail von der alternativen Lügenpresse, die sich dann selber noch feiert. Es ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht nützlich. Weder für mich noch für meine Kinder, wenn so ein Schrott verbreitet wird. Wenn so ein Schrott verbreitet wird. Dann hatten wir das mit dieser Great Barrington Declaration. Also das ging dann so durch die Medien durch und das hörte sich erstmal mordstoll an. Also 10.000 oder mehr Wissenschaftler hätten da jetzt diese Erklärung unterschrieben gegen Lockdowns, gegen scharfe Maßnahmen irgendwie. Also kein Schwein hat diese ganze, also kaum ein Schwein hat diese Declaration wirklich komplett gelesen. Es taugte einfach für Schlagzeilen. Es hörte sich ganz gut an. Und wir haben dann erstmal darüber berichtet und gesagt, naja, da steht auch nichts Neues drin. Nichts Besonderes. Die Wissenschaftler, die da das unterschrieben haben, die haben auch keine einfachen Lösungen und keine besseren Möglichkeiten. Und das, was man da reingeschrieben hat, ja probieren wir es doch mit Herdenimmunität und sperren wir doch einfach nur die alten Leute ein und die anderen halt genießen die Normalität. Das funktioniert halt wahrscheinlich einfach nicht. und unzählige Experten auf der Welt wollten das nicht riskieren. Zig Regierungen wollten das nicht riskieren. Das ist ein reines Theoriekonstrukt. Es sagt sich so leicht daher. So schlaumeierisch. Ja, wir sperren die alten ein, wir schützen nur die besonders Empfindlichen. So einfach ist das nicht. Und das haben dann auch Wissenschaftler kommentiert dann sofort zu dieser Great Barrington Declaration. Jetzt hat es der WHO-Chef auch nochmal gesagt und so weiter. Und dann kam raus, viele Namen auf dieser, viele Unterzeichner sind einfach fake. Das heißt, es ist nicht so, dass es geprüft wird, dass wirklich qualifizierte Wissenschaftler da ihren Namen drunter setzen, sondern da gibt es auch Fake-Namen. IP Freely, Dr. Person Fake Name, Dr. Johnny Bananas, von der Universität deiner Mutter und so. Dann Klangtherapeuten sind da drauf. Also der britische Center Sky hat eben dann einige Fake-Namen gefunden und dann kam raus, es ist nur eine PR-Nummer von dem Think Tank American Institute for Economic Research. Das ist eingebildet in das Netzwerk der Koch Foundation, also reines, pures Establishment. Das sind diese Establishment-Kreise in Amerika, die kontrollieren halt so das konservative, unlibertäre Spektrum, sagen, was das Zielklientel halt hören will und halten einfach so das Geschrei am Laufen, die Spaltung der Gesellschaft am Laufen. und in diesen Kreisen, in denen sich halt Koch-Industries bewegt und die Kochbrüder bewegten, in diesen Kreisen, die einen, die sind alle miteinander verwandt und befreundet, verschwäger, die einen arbeiten halt im Staat und quetschen die Leute aus, die anderen arbeiten für die Großkonzerne und quetschen die Leute aus. Das ist denen wurscht, über welches Vehikel die dich attackieren. Und die einen Millionäre, Milliardäre, die spielen halt dann so die Klimawandel-Fanatiker und die Kochs, die spielen halt so die Gegner von der Klima-Agenda und so hält man die Leute beschäftigt. Dieser Think Tank erhält Geld aus der Tabak-Industrie, ein privater Fonds, Anteile, Exxon Mobil, Philip Morris Zigaretten, McDonald's, Microsoft, Mitglied im Atlas Network von Sir Anthony Fischer gegründet. Der bekam auch Geld von Exxon Mobil und Philip Morris und so. Und auch Bill Gates. Bill Gates bezahlt die Medien und pusht halt so halt eben seine Agenda. Und andere Milliardäre, die pushen halt dann die Beschwerden über die Maßnahmen. Wir haben dann auch den Hintergrund hier auf recenter.com über die Kochbrüder und so und so weiter und so fort. Also wir sind da sehr dann sehr breites sehr breites Wissen. Dann kam raus hier auf recenter.com es gibt sehr wenig Schadensersatz für künftige Geschädigte der Covid-Impfstoffe in den USA. Also wirklich ein minimaler Fonds, der dann so ein paar Kröten ausbezahlt. Also wenn du einen Schaden kriegst, dann 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 hast du das nachsehen. Ich meine, jetzt haben wir gesehen, Johnson & Johnson hat auch ihre Studienreihe unterbrechen müssen wegen dem Krankheitsfall bei den Versuchspersonen. Wir werden sehen. Also die Firmen haben natürlich dann Angst, wenn sie was auf den Markt bringen und es werden zu viele Leute davon krank, dann gibt es einen Schaden für die gesamte Industrie, für die US-Regierung und eben dann auch schlechte PR für alle Impfungen. Dann würde diese Impfdebatte natürlich wieder aufflammen und deswegen sind die Firmen halt eben jetzt eher vorsichtig und viele Leute haben keinen Bock auf Covid-Impfstoffe und anscheinend wirken die nur zu so und so viel Prozent und sie halten auch nicht sonderlich lang. Eigentlich müsste man sich ja alle acht Wochen wahrscheinlich stechen lassen oder drei Monate stechen lassen. Das ist utopisch, meine Damen und Herren. Dann Frankreichs Krankenhäuser und Medizinpersonal gehen in die Knie, man hofft auf das Beste, also das heißt, einige Kliniken laufen wieder voll, auch Moskau überlegt, Bars und Clubs zu schließen, anhaltend hohe Infektionszahlen. Es kommen wieder mehr, auch in Britannien sind jetzt die Totenzahlen teilweise fast wieder dreistellig pro Tag und die Leute rollen in die Krankenhäuser rein und das Personal ist am Ende, also die sind immer noch fertig von den letzten Monaten und jetzt sollen sie dann wieder die nächste Welle da irgendwie bewältigen oder so eine Dauerwelle. Ist grauenhaft, ist echt grauenhaft und du hast jetzt in Russland auch wieder mehr Kliniken, die jetzt Covid-Leute machen müssen, man hält wieder diese Reserve-Kliniken auf Standby, die waren eine lange Zeit jetzt leer gestanden, weil wegen dem harten Lockdown, haben Leute gesagt, oh seht her, die Kliniken stehen leer und das ist ein Beweis für die Fake-Pandemie. Nein, 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 man hat das als Reserve für Covid, falls es halt außer Kontrolle gerät und man fürchtet halt, dass vielleicht noch ein zweiter Virus dazukommt durch einen Angreifer oder ein Computer-Virus und da will man ebenfalls noch weitere Kapazitäten haben. Genau, dann haben wir noch hier Meldungen auf recenter.com, nur kurz erwähnt, Greg Palace Team über halt diese Militanten, Verrückten vor den Wahlen, also waren die so undercover bei diesen Boogaloo-Militias und so und Republicans fürchten, Trump könnte die Mehrheit im Senat für die Partei verlieren. Also das heißt, viele Republicans haben halt jetzt Bammel, dass Trump halt eben dann, dass Trump sang- und klanglos untergeht bei den Wahlen. Also im Moment ist es so, dass halt Joe Biden haushoch gewinnt und selbst die Institute, diese Umfrageinstitute, die damals Trumps Sieg vorher berechnet hatten und Trumps Sieg vorhergesagt haben, genau diese Institute sagen jetzt, dass Biden deutlich gewinnt. Also es kommt immer, wenn so eine negative Umfrage kommt, kommt immer das Geheule und Gemaule und Gemümmle von halt diesen Trump-Gläubigen aus der Trump-Kirche, dass halt eben dann, ja, das sind nur verlogene Umfragen von den linken, bösen Deep-State-Medien, von der jüdischen Weltverschwörung, ähm, als hätten die Republicans nicht genügend Möglichkeiten, oder auch das Umfeld der Republicans, die ganzen Milliardäre, als hätten die nicht die Möglichkeiten, selber bessere Umfrageinstitute zu führen und zu sponsern und ehrliche Umfragen zu kriegen. Also du kannst dann immer nur einfach nur dumm rumheulen und dann diesen Social-Media-Aktivismus machen, du entfernst dich immer weiter von der Realität weg und das ist der Garant für die Niederlage. Und es kann sein, also wie gesagt, vielleicht schummelt man es halt eben hin, dass es knapper aussieht, das Ergebnis, vielleicht schummelt man Trump wieder ins Weiße Haus hinein. Das habe ich auch schon mal näher erklärt, warum das Establishment halt eben die, äh, den Präsidenten bestimmt und nicht der Wähler. Ja, man betrügt mit den gleichen Methoden wie schon für Bush 2000 und 2004. Das haben viele einfach wieder vergessen oder sie lügen, ist weg, weil es hat die alternative Lügenpresse oder sie sind zu jung und die haben das gar nicht mehr mitbekommen. Ich meine, ich bin jetzt 36 und ich weiß es noch ganz genau, 2000 und 2004, ähm, mit dem Wahlbetrug und Greg Pallists Recherche und Greg Pallists war immer ein gern gesehener Gast und Alex John Show, jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, und, ähm, und dann werde ich heute blöd angemacht, weil ich ja eben dann meiner Linie treu geblieben bin und sage, dass die beiden Parteien gehören einer Oberschicht, es ist nur ein inszenierter Kampf, fallt bitte nicht drauf rein und zerfleischt euch gegenseitig nicht links gegen rechts, weil das ist das, was das Establishment will. Und für diese Sichtweise gelte ich jetzt als komisch und als seltsam und als finster und als böse und ich sei kein Truther mehr und so. Und diese ganzen Nulpen und Dildos da draußen, die meinen, sie wären jetzt die absoluten Obertruther, aber langen halt immer wieder daneben. Und proof is in the pudding. Jetzt sehen wir halt, die AfD ist ein totes Sammelbecken und jetzt könnte Trump die Wahl verlieren, haus hoch und dann gibt es eben keinen Bürgerkrieg wahrscheinlich und dann gibt es halt eben keinen Aufbäumen von den QAnons und so, sondern die kriegen halt alle voll eins auf den Sack und dann müssen sie damit leben und dann wird nur dumm rumgeschwallt. Und die Bevölkerung steht wieder mit leeren Händen da und dann feiern wieder die Linken. Und dann werden die Linken halt solche Collagen, solche Videos posten, wo die Rechten dann heulen, so wie die Rechten Videos gepostet haben, wie die Linken heulen nach Trumps Wahlsieg. Dann heißt es wieder ha, 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 wir haben es euch gezeigt, yay und dann gibt es halt eben dann ein paar Jahre Joe Biden und das wird auch eine Katastrophe. Und dann kriegen die Republicans vielleicht den Kongress zurück und dann dreht sich das Rad immer weiter fort und die Leute werden immer weiter und weiter reingelegt. Also es ist schon ein grausamer Sumpf, der da rangewachsen ist, besonders auf Telegram und so. Ähm, die Leute sollen wirklich ab und zu den Computer ausmachen und Bücher lesen und, ähm, und sich auf ihr, ihr Privatleben auch konzentrieren. Auch im Hinblick auf, äh, die Welt und Prepping und Stabilität und so weiter und so fort. Ich sage jetzt nicht, die Leute sollen passiv bleiben. Die Leute sollen sich um ihre berufliche Zukunft kümmern und so und um Prepping. Ähm, das gehört da alles mit rein. Also du nützt weder dir selber was noch deiner Umgebung oder irgendeiner Mission, wenn bei dir halt einfach überhaupt nichts läuft. Und du halt irgendwie glaubst, ich bin Aktivist und ich werde jetzt irgendwann beruflich Aktivist und nur noch Aktivist. Das ist genauso wie diese linken, diese hunderttausende oder Millionen linken Social Justice Warriors, die alle irgendwie meinen, sie können ihren Lebensunterhalt verdienen als Aktivist, aber das, das klappt halt eben dann nicht. Und, und Leute landen dann wirklich in der Armut. Ich meine, wir sehen es ja, Leute, da gibt es irgend so einen Freak, der dann mit einer Axt auf Leute losgegangen ist, weil er seine Maske nicht getragen hat und er seine Maske nicht tragen wollte. Und Leute ruinieren ihr Leben mit diesem Truther-Blödsinn oder mit linkem Social Justice Warrior Nonsense oder mit halt krassem Neonazi-Club. Und das ist einfach so eine Gefahr, die Leute rutschen da rein und das wird ihnen halt, man, man, sie kriegen halt keine, keine, ähm, keine ehrlichen Warnungen von Leuten, die sich aus, also meistens kriegen sie halt keine ehrlichen Warnungen von Leuten, die sich halt mal richtig auskennen. Dann. Schauen wir kurz noch auf die Kommentare. Hier schreibt, äh, Oddweed, hier schreibt Oddweed folgendes, die WHO sagt, das Coronavirus ist nicht schlimmer als eine Grippe, mit Link natürlich, also Fake, alles Fake, nee, stimmt nicht. Ähm, dann schreibt hier Salto della Cantera, Achtung, alle Videos, die darüber berichten, dass über das Testen geimpft wird, werden sofort gelöscht. Naja, weil es halt einfach nicht stimmt, ähm, und YouTube halt einfach jetzt die Regeln macht, wie sie, wie sie wollen und dann kommt jetzt halt eben dann vielleicht ein Kartellverfahren endlich mal gegen Social Media. Und dann werden auch Sachen festgelegt und diese Firmen werden vielleicht zerteilt, aber das heißt nicht, dass die Good Old Days zurückkehren, wo halt irgendwie dann Mercedes Werbung lief oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen großen, große Werbung lief bei irgendwelchen Al-Qaida-Snuff-Videos und die Neonazis ihren, ihren Zeug da publizieren konnten und jeder konnte da irgendwie dann leicht neue Fans gewinnen. Also diese Golden Era, die kommt so wahrscheinlich nicht zurück. Man muss sich auch fragen, warum haben die Republicans und diese angeblich gute rechte Deep State, warum haben die nicht längst alternative, bessere oder halt konservative Social Media gestartet? Immer nur das Geheule, oh YouTube und Facebook, ja, wo sind denn die Mercers und die ganzen anderen spendablen Gönner der neurechten Fake-Trend-Bälle? Warum haben die da nichts Besseres geschaffen? Hier schreibt Lucadi, du bist im Vergleich zur Mehrzahl der konservativen Truther nicht auf YouTube gesperrt. Entweder bist du zu unwichtig oder eine indifferenzierte AfD-Trump- und Putin-Kritik sind im Sinne der Elite, wem das nicht zu denken gibt. Ja, ich meine, wenn ich die Truther begeistern wollte, dann müsste ich so krassen Schund reden, dass du natürlich dann überall gelöscht wirst. Und ich meine, wir haben es ja gesehen, weißt du, irgendwie so Leute wie Sellner, irgendwie dann tausend Verfahren am Hals und Klagen und hier und da und Löschungen. Irgendwann ist einfach der Ofen aus. Und in der ganzen Zeit, mit der Sellner da irgendwie da Geld verpulvert hat, mit irgendwelchen Klagen und so, in der ganzen Zeit kamen ja 10, 20, 30 neue Influencer, die jetzt auch alle die Hand aufhalten und im Publikum sagen, spendet mir Geld, spendet mir Geld, dann besiege ich den linken Deep State und ich mache, dass Covid weggeht. Ich kann die Pandemie wegschwallen und dann einen Monat später wird er drei neue und sechs Monate später wird er 20 neue Influencer und dann wieder irgend so ein abgehalfterer abgehalfterer Schizo-Promi, der dann irgendwie auch noch zum Truther wird und so. Das nimmt kein Ende und die konkurrieren ja auch miteinander, diese Influencer, um das begrenzte Klientel. Und es ist schwierig, also es ist halt nun mal saumäßig schwierig, recenter festzunageln auf Hate Speech und Diskriminierung und so weiter und so fort und stattdessen hattest du halt eben dann die sogenannten Konservativen, die dann auf der Trendwelle so abgedriftet sind, auf diese White Power Schiene und wir hassen Frauen und dies und jenes und dann abhetzen über die Transen, so wie Alex Jones und so diese breiten Statements von Alex Jones, irgendwie die Muslime seien ja irgendwie alle Pädophile und so. Also da haben es halt viele Dödel halt natürlich dann YouTube und Co. leicht gemacht, sehr, sehr leicht gemacht, die zu löschen. Den alten Alex Jones hättest du nicht so gelöscht bekommen auf Social Media, ja, mit der klassischen Linie und oder halt dann so dieses QAnon, Höcke, Kalbitz und so. Ich meine, da gibt es diese kompakten so, die pushen so lange Kalbitz und Höcke und so und wollten so dieses Klientel dann bedienen und gleichzeitig wollten sie auf Social Media sein. Ich meine, es ist wie im Englischen you can't have a cake and eat it, also du kannst nicht irgendwie alles haben und das ist halt, wie gesagt, dann versuchen jetzt Leute halt eben aus einer Not, einer Not zur Tugend zu erklären. Oh, wenn du überall gelöscht wirst und halt irgendwie tausend Verfahren am Hals hast und irgendwie voll umkippst und so, dann bist du real, dann bist du unser Held. Ja, ich kann, ich kann euch sagen, eure Helden, eure Influencer, die haben alle sehr schnell keinen Bock mehr und die sind alle sehr schnell am abnippeln und hören dann irgendwie auf oder drehen immer hohler und hohler, bis sie irgendwann ganz am Ende sind oder sie lassen sich dann doch irgendwann kaufen oder rekrutieren vom Verfassungsschutz oder sonst irgendwas, weil sie es irgendwann nicht mal aushalten. Also wenn, ich sag, wenn die Mercers oder die Finks oder sowas, die diese Trendwellen bezahlen, mit den Fingern schnippen, dann gehen bei den Influencern da draußen die Lichter aus. Auch der Flurschaden, der angerichtet wurde durch diesen ganzen, durch diese Nazi-Neonazi-Trendwelle. Das ist, uch. Und, ähm, und dann kam hier so die Rückmeldung, ja, aber wer von den konservativen Akteuren, also Milliardäre und so, hätte sich denn mit dem ultralinken Deep State, mit dem ultralinken milliardenschweren Deep State anlegen sollen? Ist das dein Ernst? Fragezeichen. Ja, das ist mein Ernst. Also die, es gibt keinen Kampf zwischen dem linken und dem rechten Deep State. Das gibt's nicht. Das hat man euch nur erzählt, um euch halt eben zu neppen, um euch reinzulegen. Und selbstverständlich können stinkreiche Milliardäre aus dem, aus dem rechten Establishment oder aus dem rechten Teil des Establishments in den USA, selbstverständlich können die alternative Social Medias aufbauen. Ja, freilich können die das. Haben sie aber nicht gemacht. Die haben euch reingelegt. Die haben euch irgendwie dann gesagt, oh, wir haben Trump im Rücken und Putin im Rücken und die Mercers im Rücken und so und es wird alles total klappen und so. Und dann sind die Leute drauf reingefallen und waren auf der Radikalismus-Schiene. Und jetzt sind sie halt alle im Eimer. Und man lässt sie hängen. Und hier noch Gejammer. Was wirfst du Björn Höcke vor? Das ist bösartiges Diffamieren auf oberflächlichem ZDF-Niveau. Und ich hab dann gesagt, nee, nee, sorry. Nee, nee, nee. Glaub, was du willst. Die AfD ist tot und du hast ihr ein winziges Stückchen mit umgebracht. So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm. Dann haben wir hier noch Hier noch Gelabe. Hier noch Gelabe. So, das sind immer die gleichen Punkte. Also Leute posten irgendwas, was sie auf Telegram gehört haben und so. Copy and paste. Ähm. Copy and paste. Dann hier meint jemand noch. Äh, hier meint jemand noch. Du solltest mal aus deinem Keller rausgehen und unter Menschen gehen. Woher willst du wissen, wie viel Zeit ich in diesem Aufnahmeraum hier verbringe? Ich bin jeden Tag von früh bis spät von Leuten umgeben. Äh, wir sind uns treu geblieben. Ja, kein Russenstoß, kein Links-gegen-Rechts-Denkmuster und so. Ähm. Dann. Ähm. Ja, und dann. Dann kommt dann immer wieder dieses, dieses, diese, diese Unterstellung, dass der Aktivismus, der da gebracht wird zu Covid, dass der irgendwas bringt. Und ich sage immer, nee, es bringt nichts. Ihr habt keinen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie und wie die Regierungen damit umgehen. Und dann kommt wieder dieses Bapp, 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 Bapp. Ja, aber, aber, die PCR-Test und so. Und ich so, es hat keinen Sinn, was du da erzählst. Es, es, es bringt nichts. Dieser Aktivismus ist sinnlos. Und es geht den Leuten, das erkläre ich auch in meinem neuesten Buch Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 4. es geht halt bei den Leuten einfach da draußen auch im linken Spektrum, Mainstream es geht immer um die Beruhigungspille, es geht immer um das Gefühl von Kontrolle, um diese diesen Bestätigungsporno, ja, da geht es nicht um Fakten und Argumente, da geht es darum du willst halt, dass deine vorgefertigte Meinung bestätigt wird du willst deine vorgefertigte Meinung verbreiten und und du willst dieses Gefühl diese Droge von Bestätigung und dass du jetzt Teil bist von einer Gruppe und so und dass sie auf einer Mission seid, ich meine es ist ja, das basiert alles auf das basiert alles auf auf halt ureigenen Eigenschaften von Menschen, also wir vor allem wenn man halt eben dann junger Erwachsener ist, man will einfach Gleichgesinnte, man will halt einer besonderen Gruppe beitreten man will einer rechtschaffenden Gruppe beitreten und halt eben dann irgendwas Positives verändern an dieser Welt aber genau so wird man eben dann auch geködert und manipuliert und halt eben dann benutzt irgendeine negative Agenda ich empfehle ihnen dringend holen Sie sich mein neuestes Buch tiefste Geheimnis der Supermächte Band 4 Herrschafts- und Widerstandstechniken Leute fragen nach Lösungen hier ist ein ganzes Buch mit Lösungen Strategien und Techniken es ist ein Long Game es ist ein Long Game und es gibt viele Leute da draußen die sich da einlullen lassen und dann sich ihr privates Umfeld versauen mit irgendwelchem Telegram Stoß und ihre beruflichen Chancen torpedieren durch irgendeinen Stuss und dann kommt eben nach einem halben Jahr oder Jahr eben nicht die Apokalypse sondern es kommt eher so eine Apokalypse auf Raten so ganz langsam und langsam und das Leben geht weiter ja und der Flurschaden ist halt eben dann da also bei manchen Leuten die werden den Schaden ihr Leben lang nicht los und es ist unnötig du kannst so Hardcore sein du kannst so krasse Dinge aufklären du kannst so nützliche Sachen machen du kannst so hier auf Nachrichtendienstlichem Niveau agieren ohne in diese Radikalismusfalle hineinzutappen ja ohne dass dass du dich dann die ganze Zeit anlegst mit irgendwelchen mit zahllosen anderen Bürgern Steuerzahlern da draußen das ist ganz ganz wichtig zu ganz ganz wichtig zu verstehen also wir sind am Ende der Sendung angelangt wir sind zurück irgendwann im Laufe der Woche schauen sie rein in den Recenter Shop shop.recenter.com bleiben sie frei und machen sie sich nützlich